Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren, wir wissen immer noch nicht was es ist, vielleicht eine Wintersturm 36,5. Wir wollten heute aufnehmen und Martin ist leider nicht da und Wintersturm gibt es halt nur im Vierer-Programm. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns trotzdem und ja, das ist das erste Mal richtig, so mit Bild, aber das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Hallo Tobi, hallo Thorsten. Hallo Frosty, hallo alle da draußen, die mich jetzt auch sehen. Und meine Unordnung da drüben. Ja, ganz viel Freude, schöner Götterfunken. Das ist richtig. Was haben wir da alles? Wir haben noch Mappen, die übrig geblieben sind vom Konfektionieren. Ja, unter sich gefüllte Handout-Pakete sind auch noch da und Volpi-Kisten und die Helmkiste von der Dreieichkon. Aber ich dare irgendwie jeden, der selbstständig ist, mir zu sagen, dass es nie so bei ihm ausgesehen hat. Also erfahrungsgemäß, bevor man eigene Räumlichkeiten anmieten kann, wird es irgendwann immer so. Ja. Da ist sogar relativ wenig da. Ich komme einfach mal am Dienstag vorbei und dann räume ich ein bisschen bei euch auf. Ja. Wir finden schon was. Genau, ich bin Dienstag in Berlin, beziehungsweise Montag auch, aber vielleicht finde ich ja Zeit, dann schaue ich mal bei euch vorbei. So, wir wollen heute reden und zwar, wir wissen es selber noch nicht so genau, vielleicht über Karten, warum man sie braucht, warum sie eine gute Idee sind, ob sie Vorteile haben, ob sie Nachteile haben. Im Prinzip ist das so der grobe Fahrplan, an dem wir uns orientieren wollen und ja, vielleicht kommen wir von dem einen aufs andere. Ja, ich meine, machen wir das mal ganz allgemein. Ich meine, wir beim Donnerhausstudio reden ja häufig über Karten. Ähm, wir haben ja damit auch eine lange Geschichte und ich denke, es ist nicht besonders hochgegriffen, wenn ich sage, wir sind der führende Rollenspiel-Karten-Materialproduzent Deutschlands. Ähm, wenn mehr Leute das noch wissen würden, würde sich das auch richtig lohnen. Aber, ähm, wir haben Berge an Karten gemacht. So, wir haben Landkarten gemacht, Ortskarten, Städtekarten, Dörferkarten. Ähm, ich habe auch schon für andere Verlage Karten gemacht. Ähm, gerade erst zuletzt zum Beispiel habe ich für den Money von Moneyfest Games die Nachteile. Neue Weltkarte für No Return gestaltet. Das kommt ja alles in Bälde. Ähm, wie Bälde die Balde ist, äh, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, da bin ich nicht auf dem Laufenden. Ähm, das ist ja gerade erst vor einer Weile durchs Crowdfunding gegangen. Ich glaube, das kommt Anfang nächsten Jahres raus. Er plant Q1 24. Ja. Wir haben da gerade eine Mail zugekriegt ansonsten. Ah ja, genau. Wir sind ja auch Backer. Ja, die ganzen kleinen Verlage müssen ja auch ein bisschen zusammenstehen, ne? Genau. Ähm, ja. Ja, Rollenspiel und, äh, Karten hängt für mich persönlich, äh, sowieso unheimlich eng miteinander zusammen. Und zwar von Anfang an. Ich, äh, hab ja damals im, äh, zarten Alter irgendwas so um die zwölf rum mit das schwarze Auge angefangen. Und, ähm, äh, jeder, der mit DSA angefangen hat, vielleicht auch noch bis heute, kennt ja die gute alte DSA-Weltkarte. Die Aventurienkarte von Ina Kramer. Und, ähm, ich hab da sehr, ähm, wie sagt man, nostalgische Erinnerungen dran. Das ist ja auch eine sehr umfangreich gestaltete Karte gewesen. Ähm, ich mein, geografisch hab ich so ein paar, hab ich heute so ein paar Probleme mit dieser Karte und, ähm, rein geografisch und geologisch bin ich nie so richtig warm geworden mit Aventurien als Kontinent, aber diese Karte, die ist irgendwie eingebrannt in meinem Gehirn. Ich glaube, heutzutage würden sie sie auch anders gestalten, da geh ich ganz stark von aus, aber die ist ja auch schon 30, 35, 35 Jahre alt? Ja, bestimmt, ne? Ja, bestimmt. Ja. Ja, die ist ja fast so alt wie DSA selbst. Und, ähm, die ist ja unheimlich aufwendig gestaltet worden, die ist ja handgemalt. Also jeder Berg, jeder Baum, alles davon ist mit, äh, mit, mit Pinsel auf, äh, ich glaube einer Riesenleinwand oder auf einer Wand gemalt worden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte mal irgendwas dazu gesehen. Der Schelm hatte, äh, dazu ja mehrfach mal was gesagt. Und Ina Kramer hat ja auch gerade erst, äh, Post, äh, Post-Hum auf der Dreieichkon ihren, ihren Ehrenpreis für ihr Lebenswerk bekommen. Und da hab ich natürlich mal wieder besonders daran gedacht. Das hat mich nochmal daran erinnert. Das ist so ein Trip down Memory Lane gewesen. Ähm, und, äh, der Schelm postet aktuell auf Facebook fleißig, äh, alte Ina Kramer Bilder. Ähm, und Bilder und Karten hängen ja auch immer direkt miteinander zusammen. Jede Karte ist ja auch ein Bild. Aber da hab ich jedenfalls sehr warme Erinnerungen dran. Ähm, und, äh, ich hab direkt von DSA bin ich damals zu Shadowrun gegangen. Und da hab ich sehr, äh, schlechte Erinnerungen an Karten. Denn das, was, das, was es bei Shadowrun damals an Karten gab, das war alles absolut lausig. Ähm, eine Karte schlechter als die andere, wo man meinen könnte, es ist ja, sollte ja irgendwie möglich sein, einigermaßen frei verarbeitbares Kartenmaterial von Nordamerika zu finden. Aber das hat ewig gedauert, bis da mal irgendwas Vernünftiges kam. Gab noch kein Google, gab noch kein Google Maps, ne? Nee. Nee, das nicht, das nicht. Aber, gab ja Bibliotheken, ähm, es gab die ganzen militärischen Sammlungen. Man muss das super fairerweise sagen, ne? Google Maps oder reale Karten bringt dir ja gar nichts, weil du spielst ja eigentlich im Megasprall der Zukunft. Und der ist ja dann eben eigentlich nicht so. Tatsächlich war das auch interessant, als die Shadowrun-Karten dann kamen, dann waren die sehr nah an heute. Und Seattle heute ist ja voll das Paradies. Also so für amerikanische Verhältnisse mit irgendwie Wäldern und so ein bisschen grün überall und irgendwo da hinten ist dann Boeing und was weiß ich, ne? Du musst da was Chicago nehmen und Seattle drüber schreiben. Eigentlich schon, ja. Oder Los Angeles. Los Angeles ist ja ein ganz wundervoller Moloch. Mittlerweile, ja. Ja, ja. Also Los Angeles bei Nacht ist ja irgendwie so dieses Oh God. Ja, das ist richtig. Die Seattle-Karte war für mich immer, also war schon damals für mich eine besondere Lachnummer. Du guckst dir dann also diese Karte an vom Seattle Megasprall. Das erste, was du dir als Berliner denkst, ist, das ist mehr Fläche als Berlin mit weniger Bürgern als Berlin. Das ist definitiv keine Cyberpunk-Stadt. Da kann jeder sein Einfamilien-Reihenhaus haben. Und die größten Hochhäuser sind wahrscheinlich 30-stöckig. Wenn du dann tatsächlich dann da rangehst, dem Ding das Skyline verpasst, einen Arco-Block und noch einen zweiten mit reinbaust, dann wird das zunehmend, naja, nicht mehr sehr belastbar. Aber gibt's irgendwelche Rollenspielkarten, die ihr so persönlich habt, wo ihr so denkt, da hab ich so eine besondere Connection zu? Also, wir waren jetzt ja gerade eben bei, in Anführungsstrichen, schlechten Karten, auch wenn ich jetzt die von DSA nicht dazu zähle, aber du warst gerade bei Shedrun. Ich denke mit Grausen immer wieder zurück an die Pathfinder-Karten, die dann, ja, ihre Kästchen auf dem Boden haben, die dann zweimal zwei Meter sein sollen. Meinetwegen auch einmal ein Metern. Und dann liegen aber da Leichenhaufen drin. Und wenn du dann mal mit dem Lineal dran gehst, sind die Leichen irgendwie 50 Zentimeter groß. Und, ach, also, ich hatte im Vorgespräch, ja, Battle Maps, ich hatte im Vorgespräch überlegt, gibt es irgendwelche Nachteile von Karten? Weil es ist ja eigentlich immer nur positiv, wenn du eine Karte hast, wenn du die auf den Tisch legst. Alle haben einen Orientierungspunkt. Du kannst, aber du musst nicht mit Token hin und her schieben. Es ist für alle ein Orientierungspunkt, weil alle wissen, wo du jetzt stehst oder wo du stehen könntest. So, aber, ja, klar, schlechte Karten sind ein Nachteil. Also, gute Karten können viel retten, aber eine schlechte Karte kann echt viel kaputt machen. Und an Pathfinder muss ich leider immer wieder zurückdenken. Die haben da leider viel für Lachen bei mir gesorgt, aber nicht so, dass ich spielen wollen würde mit den Karten. Es ist lustig, ich bin ja tatsächlich, ich habe mit Shadowrun angefangen. Und Shadowrun hatte ja notorisch zu wenig, beziehungsweise notorisch schlechte Karten, hat man gerade schon gesagt. Ich bin ja so gesehen eigentlich ohne Karten im Rollenspiel sozialisiert worden. Und habe auch sehr lange im Prinzip mir immer gedacht, ja, Karten sind ja irgendwie doof, dann wird alles taktisch und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir plötzlich die, die halt Unmengen Karten machen auch. Also mit Janis Saras Kartentasche haben wir ja, boah, wir haben ja mittlerweile vier Seasons durch, von auch nicht alle irgendwie im Print erschienen sind. Aber das sind ja insgesamt schon 140 Karten, glaube ich, die wir da gemacht haben. Plus jetzt, was noch für unsere Spiele dazu gekommen sind, was auch noch mal Haufen sind. Und mittlerweile sehe ich das ja auch anders, aber auch halt, weil ich mittlerweile die Nuancen kenne von guten und schlechten Karten. Wenn ich jetzt hier so sowas höre wie die Pathfinder Battlemaps, ich habe mir auch schon welche angeguckt davon natürlich, weil wir haben ja auch Vergleiche angestellt, wir haben uns angeschaut, was machen andere Leute damit. Und wir haben dann auch entschieden, wir haben einen bestimmten Stil, beziehungsweise einen bestimmten Zweck, den wir erreichen wollen. Wir nennen es ja immer Dramakarte. Genau, ihr macht ja keine Battlemaps. Nee. Aus gutem Grunde nicht. Unter anderem, ich meine, unser eigenes Rollenspielkampfsystem beim Icarus-System ist ja sowieso abstrakt gehalten, was Bewegung angeht. Also da gibt es halt Bewegungsdistanzen, Punkt. Die sind relativ zu deiner jetzigen Position. Und dienen gleichzeitig als Distanzklasse für Schusswaffen. Aber so dieses jetzt hier irgendwie zwei Meter nach vorn und du kannst dich 30 Fuß pro Runde bewegen und so, das interessieren das alles nicht die Bode. Deswegen sind Battlemaps auch nicht so eine nützliche Sache für uns, weil Battlemaps sind ja eigentlich ein Schachbrett. Also von ihrer Konzeption her. Also lass uns mal trennen zwischen den verschiedenen Kartenarten. Denn wenn wir das alles durcheinander machen, kann man sehr schlecht die Vor- und Nachteile diskutieren. Es gibt ja verschiedene Arten von Karten. Es gibt politische Karten, Länderkarten, Weltkarten. Es gibt geografische Karten, Länderkarten, Weltkarten, Lokalkarten. Und dann gibt es Detailkarten, nennen wir sie mal, näher dran, sehr nah dran. Ein einzelnes Dorf, ein einzelnes Haus. Und das kann man dann auch noch trennen in Innenraumkarten, Bodenpläne. Und die haben ja alle unterschiedliche Vor- und Nachteile und unterschiedliche Anforderungen. Bei einer politischen Karte zum Beispiel ist es ja relativ einfach. Da hast du bunte Felder mit Namen drin. Da ist eigentlich nur wichtig, wie heißen die Länder, wie heißen die Hauptstädte. Wie sind die Grenzen, genau. Und sind die Farben so gewählt, dass man sie auseinanderhalten kann. Und zusammenhängende Territorien erkennt. Das ist mitunter schwierig. Wenn du zum Beispiel so einen Bereich hast wie Europa, wo du unheimlich viele Staaten hast, die alle miteinander rechts und links Grenzen überall haben, die richtigen Farben auszuwählen, damit man die gut unterscheiden kann, aber trotzdem erkennt, falls das eine Gebiet eine exterritoriale Enklave irgendwo hat, die doch noch dazugehört, ohne dass sich das wieder beißt. Aber Landkarten sind relativ einfach. Aber auch die, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sagen kann, gute Karten, schlechte Karten kann man so fest an der Kartenqualität festmachen. Gute Karten haben nämlich auch massive Nachteile mitunter. Wenn du eine Landkarte hast, die sehr auflösend und detailreich ist, mit vielen landschaftlichen Merkmalen, dann gibst du zwar einen guten Überblick über das, was ist, aber wir haben es ja im Rollenspiel nicht nur mit dem zu tun, was ist, sondern sehr oft auch mit dem, was sein könnte. Und da verbaust du dann ja auch einiges. Ich nehme mal zum Beispiel die Aventurien-Karte, die alte, die ich persönlich immer noch sehr mag. Ich habe die in wärmster Erinnerung. Und wir lassen, wie gesagt, die Geografie außen vor. Die spielt ja jetzt erstmal wirklich keine Rolle. Wenn ich jetzt die DSA-Karte nehme, dann ist da de facto buchstäblich jedes größere Dorf drauf. Also du willst weiße Flecken haben. Beziehungsweise das ist halt ein Problem. Weiße Flecken auf so einer Karte, die würden ja stören. Das heißt, wenn du so eine Karte machst, dann hast du da eben keine weißen Flecken. Und das ist dann ein Nachteil dieser Karte, weil du eben zu nah rangegangen bist, zu sehr ins Detail gegangen bist. Dafür hast du aber dieses Detail. Und andere Leute sagen, hey, das finde ich super. Jetzt kann ich sehen, wo die ganzen Dörfer sind. Und freue mich über jedes davon, das noch keinen Namen hat. Irgendwann sind die dann vielleicht alle benannt. Ich meine, mittlerweile hat ja, glaube ich, bei DSA fast jeder Misthaufen auf einem größeren Bauernhof eine eigene Postleitzahl. Aber das hat halt so sein Für und Wider. Für die einen ist es ein Segen, für die anderen ist es ein Fluch. Jeder, der sich eigene Geschichten ausdenken will, für den tendiert das dazu, ein Fluch zu sein. Ja, das ist ja nicht erst mal immer die Problematik der Zielsetzung der Karte. Ich meine, wenn wir jetzt mal kurz aus der Designer-Perspektive rangehen. Wir machen ja Karten. Und da gibt es ja immer eine große Diskussion über dann bei uns, was bis wegen einer Karte existiert und was die eigentlich zeigen soll, welchen Zweck die hat. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil wenn du sagst, ja, ich habe jetzt halt irgendwie alle Dörfer benannt. Okay, hast du entschieden, warum? Worum ging es da jetzt? Warum hast du das gemacht, als Designer? Das ist tatsächlich, weil Information wegzulassen, ist genauso wichtig, wie Informationen hinzuzufügen. Deswegen muss ich ja immer im Voraus wissen, was für eine Karte mache ich da. Ich meine, wir haben uns ja auch irgendwann dagegen entschieden, generische Karten zu machen. Selbst hier in der Saras-Kartentasche ist ja ungenerisch, obwohl man es generisch benutzen kann. Aber jeder Ort kriegt eine Kontextualisierung, damit ich entscheiden kann, was ich da reinmache und was ich weglasse. Auch damit ich zum Beispiel festlege, was ist denn jetzt hier eigentlich das designerische Tech-Level, nenne ich es mal. Wo befinde ich mich hier? Ich muss ja auch irgendwann eine Stilfindung betreiben. Das ist auch noch wichtig, weil dadurch sage ich auch einiges aus. Und klar, das sind so Sachen, der Laie sieht das nicht unbedingt so, aber wenn man da jetzt als Autor drüber nachdenkt, dann sagt man mit der Karte ja eine Menge aus, weil ich halt eben das Problem dieser Festschreibung habe. Wenn die Karte da ist, dann ist es so, nicht anders. Und wenn dann die Formen meiner Häuser irgendwie eine bestimmte Kultur repräsentieren, dann komme ich da auch nicht drum rum, dass die jetzt halt so aussieht. Und zwar überall. Das sind auch Entscheidungen, die ich treffen muss bei der Stilfindung. Und ich denke mir auch immer, eine Karte sollte irgendwie auch einen Orientierungszweck haben, weil es gibt oft Karten von so Häusern oder irgendwie so, das ist jetzt irgendwie die So-und-So-Farm, da könnt ihr in diesem Abenteuer hinkommen. Und man denkt sich, ja, okay, jetzt eine Scheune und ein Haus. Was ist es mir da für eine Karte gegeben? Die stehen da halt so rum. Selbst wenn ich da jetzt einen Kampf führe, habe ich zu wenig Informationen auf dieser Karte. Das finde ich immer ganz wundervoll, wenn man diese super nahe rangezoomten Karten hat, die dann trotzdem keine Details haben. Und man sich dann denkt, ja gut. Ja, bitte? Das hatte Frosty ja gerade schon erwähnt. Also, wenn du dann diesen gegriddeten Ort hast, wo dann da noch zum Beispiel irgendwelche Leichen liegen. Nee, das ist eben nicht, was ich meine. Ich meine das Gegenteil davon. Dieses, wenn da wenigstens Leichen liegen würden, weil ich kenne auch Unmengen von diesen Karten, wo man sich denkt, ja, okay, du hast mir wirklich nur den Apfelbaum, die Scheune von oben und das Wohnhaus von oben gezeigt. Das fällt halt dazu, ja. Das sind jetzt irgendwie zwei Vierecke und ein Baum. Warum, was ist, ich meine, selbst wenn ich jetzt sage, ich führe da jetzt einen Kampf, ne, selbst ohne Kacheln oder was weiß ich, einfach so einen ganzen Free-Floor, ich habe dreh keine Informationen. Meine eigene Farm wäre viel cooler. Jetzt ist aber dummerweise diese blöde Karte da. Die versaut es jetzt, weil sie halt Sachen zeigt, die nichts wert sind, aber die mir trotzdem keine Informationen geben. Und deswegen meine ich, Karten müssen einen Orientierungswert haben. Also sie müssen mich entweder in der Geschichte orientieren, indem sie mir ein Gefühl vermitteln für einen Ort, weil der Ort zu kompliziert zu erfassen wäre. Oder sie müssen mir tatsächlich bei der räumlichen Orientierung helfen. Und damit sie mir bei der räumlichen Orientierung helfen können, muss es auch einen Grund geben, mich überhaupt räumlich zu orientieren. Weil wenn ich zum Beispiel sowas hätte, wie jetzt hier, was weiß ich. Also ich hätte jetzt, sag mal, mir wäre mir den Megasprawl, also richtig mega, so 200 Millionen Einwohner. Ich würde ehrlich gesagt keine Karte von dem Ding haben wollen. Ich würde so ein paar Schlaglichter setzen, weil ich würde natürlich gerne wissen, wie sieht es eigentlich irgendwie, was weiß ich, im Regierungsviertel oder so vielleicht aus. Du kannst mir gerne ein paar Karten von beispielhaften Gebäuden geben und sowas. Aber im großen Ganzen hätte ich das gerne möglichst anonym. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist das halt irgendwie so eine Straße und dann kann diese Straße Form kriegen. Aber ob ich da jemals wieder zurückkomme, sei eh dahingestellt. Und von der kann ich dann gerne eine Karte haben. Aber da geht es ja dann um taktische Orientierung, also um echte Entscheidungsfindung. Das ist auch, Orientierung führt ja zur Entscheidung. Das ist ja das, was es ermöglichen soll. Du hast jetzt gerade aus der Designperspektive gesprochen. Ich bin ja derjenige, der sowas nicht designt, sondern der es benutzt, eben auch aktiv als Spielleiter. Und mir ist eben immer auch wichtig, wenn ich eine Karte benutze, also wenn sie einen aktiven Mehrwert für mich haben soll. Klar, also auch die Geschichte vom Bauernhof und warum dann die Felder im Osten stehen und nicht im Norden. Das ist alles irgendwie für euch wichtig, aber für mich brauche ich Nutzen. Das heißt, es muss eine interessante Kampfbegegnung sein. Also nicht einfach nur ein Feld. Der eine kommt von Norden, die anderen kommen von Süden und in der Mitte steht ein Baum. Das ist kein interessantes Kampfgebiet. Ich will dann irgendwelche Gräben haben. Ich will irgendwelche Hügel haben. Ich möchte was haben, wo ich mich verschanzen kann. Irgendwelche Tunnelsysteme meinetwegen. Das ist mir völlig egal, aber sie muss taktisch auch anspruchsvoll sein. Ob ich das jetzt als Spieler benutze oder als Spielleiter, ist ja ein ganz anderes Ding. Aber einfach nur ein Kasten mit, hier ist die Scheune und hier ist das Bauernhaus, das finde ich nicht interessant. Ja, ich möchte zu dir kurz was einwerfen. Das ist nämlich eine wichtige Sache, die wir bei Janasar immer mitgedacht haben. Gibt es hier genug Verknüpfbarkeiten, nenne ich es mal. Wo ich bereits als Map-Designer sehe, hier kann man irgendwas mitmachen. Hier kann eine Entscheidung entstehen. Also man kann aktiv damit arbeiten, beziehungsweise es steht in Relation zu etwas anderem. Das ist absolut richtig. Das meinte ich auch vor allem, wenn da halt irgendwie zwei Häuser stehen und sonst nichts, dann ist es nicht mal als Kampfkarte interessant. Weil, ne? Absolut essentiell. Also tatsächlich bei jeder Form von Rollenspiel, also Karten sind ja erstmal nur Schauplätze. Das sind ja eine Repräsentation von einem Schauplatz. Und wenn du einen Schauplatz designst, designst du ja auch irgendwie entweder die Idee an der Szene, also so dieses, hier könnte Folgendes stattfinden, wenn du es dem Spielleiter überlässt, also wenn es mehr ein Sandbox-Konzept ist. Oder ein klares, hier wird Folgendes passieren, wenn du einen Amteuer mit einem klaren Plot hast. Und in beiden Fällen muss die Karte dann auch eben auch die Frage, was kann man hier tun, irgendwie stark reinkodiert haben. Das ist sowieso die wichtigste Frage als Rollenspiel-Designer überhaupt. Dieses Ganze, was ist die Story, tralala, okay, fein, gut, brauchst du eine schöne Story, damit es irgendwie Sinn ergibt. Aber was kann ich hier tun? Beziehungsweise was können die Spieler hier tun? Das ist eigentlich die zentrale Designfrage, die Rollenspiel-Design auch so schwierig macht, weil man halt eben nicht sagen kann, hier passiert Folgendes, sondern nur hier besteht die Option, dass sich Folgendes so oder so ähnlich vielleicht entwickelt. Ja, was ich ganz spannend finde, sind eben Karten, wenn ihr sie produziert, die dann aus verschiedenen Perspektiven gebaut worden sind. Also entweder, dass ich von oben drauf gucke und dann reinzoome. Mir fällt da gerade ein, diese große Vulkaninsel. Und wenn man reinzoomt an die gewisse Bucht, dann sieht man da dann eben dieses kleine Piratendorf. Und wenn du nur dieses Piratendorf hast, klar, da kann man sich irgendwie was zu ausdenken, so Tortuga-mäßig, das kannst du auch so benutzen. Aber wenn du dann wieder nach oben zoomst und siehst, dass es direkt in den Nachbarschaften einen Vulkan hat, was macht das denn mit den Einwohnern, mit den Piraten? Also wie leben die genau jetzt wegen, das ist eine Insel abgeschieden, irgendwo im Nirgendwo, und du hast den Vulkan vor der Haustür. Klar, du hast viel Fruchtbarkeit und alles, aber der Berg kann jederzeit ausbrechen. Also solche Karten finde ich unglaublich spannend, dass du dir da noch so viel noch reindenken kannst in dieses Piratendorf. Ja, es erzeugt ja auch Kontext. Und durch diesen Kontext kannst du die Karte ja besser interpretieren. Ähm, jede Form von Karte, Ortskarte, Landkarte, egal was, ist ja erst einmal kodierte Information. Wenn man das Ganze mal so ganz runterbricht auf die technischen Aspekte, was passiert eigentlich, wenn ich im Rollenspiel mit einem Ort zu tun habe? Ähm, angenommen, ich denke jetzt an das Konzept, ähm, Piratendorf in einer Bucht. So, ähm, dann hat jeder von uns hat so ein paar Facetten davon irgendwie im Kopf. So, aber, äh, damit wir gemeinsam spielen können, müssen wir die irgendwie anfangen zu vereinheitlichen. Damit alle am Spieltisch eine gemeinsame Vorstellung haben und einen gemeinsamen Interaktionsraum betreten können. Das kann ich tun, indem ich sehr viel beschreibe. Indem ich einen Ort sehr aufwendig beschreibe, aber nicht zwingend massig. Manchmal muss man dann nämlich auch über längere Zeit einen Ort richtig etablieren. Mit verschiedenen Szenen, wieder und wieder und wieder. Bis alle Leute eine richtige Vorstellung haben, wie das denn da so aussieht, wenn das komplex ist. Eine Karte kürzt das enorm ab. Eine Skizze kürzt das bereits enorm ab. Wenn ich sage, das hier ist die Form der Bucht, hier ist das Wirtshaus, da ist der Leuchtturm und da liegt euer Schiff vor Anker. Dann weißt du bereits einiges. Das dazwischen nicht, aber das weißt du schon mal. Im Prinzip ist es ja Triangulation, ne? Wenn ich dir so die drei, vier wichtigsten Orte gebe, habe ich schon mal so Relationen zueinander. Das ist ja der Kern von Karten. Das ist doch etwas, was Thorsten immer gehasst hat bei Jana Sara. Immer wenn er fast fertig war, das haben wir letzte Woche in einem Community Talk mal erzählt, immer wenn er fast fertig war, kam ich an und sagte, ja hier ist ja alles irgendwie an einem Ort. Mach da noch irgendwas außen, hier noch was hin. Bau nochmal um, los, los, zack, zack. Einfach weil es halt dem Spielleiter und den Spielern ermöglicht, Bewegung reinzubringen. Wenn es einen zweiten Ort gibt, gibt es einen Grund, sich zu bewegen. Dinge haben plötzlich ein Verhältnis zu ändern. Du kannst sagen, der Hügel da hinten. Das klingt jetzt trivial, aber es macht halt den Ort lebendiger, wenn er nicht einfach nur festgeschrieben ist, auf den einen Ort, wo ich hin muss. Ihr sagt das jetzt so. Wenn Dinge halt diese Verhältnisse haben. Ihr sagt das jetzt so einfach. Und auch die Art und Weise, wie ich meine Burg anordne, ob die jetzt am Wasser steht oder eben nicht am Wasser, ob die auf dem Hügel gebaut ist oder, oder, oder. Das sind so alle ganz viele Sachen. Ihr habt ja unglaublich viel Fachwissen euch angeeignet. Egal worum es geht, jetzt abseits vom Kartenzeichnen, habt ihr ja Wissen, dass ihr auch vor allem in diesen Community Talks dann rauskommt. Wenn ihr das habt und wenn das in die Karten einfließt, dann macht das natürlich die Karten umso spannender. Aber ich glaube, dass eine Vielzahl von Kartenzeichnern abseits da draußen dieses ganze Wissen nicht hat und die sich dann eventuell auch die ganzen Sachen gar nicht dabei denkt, wenn sie das zeichnet. Dass es da dann eben auch zu Missverständnissen kommen könnte. So, weiß ich nicht. Ihr guckt dann so eine Karte von einem fremden Zeichner und sagt dann, oh Mensch, die Burg steht aber an der und der Stelle. Das ist aber interessant, weil so, dann kommt eine Ausführung und der Kartenzeichner denkt sich dann auch so, ja, nee, die hat da einfach hübsch ausgesehen. Deswegen steht die da. Gut, dann muss ich dazu sagen, es gibt ja gar nicht so viele Leute, die spezialisiert sind auf Karten. Beziehungsweise es gibt wenig Profis, die spezialisiert sind auf Karten. Es gibt eine Menge Amateure und Stümper, die spezialisiert sind auf Karten. Gerade in, ja, ist nun mal so. Gerade in den USA zum Beispiel gibt es mehrere Leute, die machen das über Patreon. Die rotzen eine Karte nach der anderen raus, die machen sie mit Generatorsoftware, mit gekauften Assets und klicken die da so zusammen und die meisten Karten davon sind kein Pfifferling wert. Das ist aber auch okay. Das sind ja auch, diese Leute behaupten ja auch nie Profis zu sein. Keiner von denen hat Grafikdesign studiert oder sowas. Die machen das einfach gerne und andere Leute kaufen das, auch weil es ja nicht wirklich so viele Alternativen im Angebot gibt. Ich meine, es ist kein übersättigter Markt. Wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, Karten machen alleine, nur so für sich Karten machen, das ist sofort jetzt unser Ding, das ist total unsere Leidenschaft und wir wollen nichts als das mehr machen, dann hätten wir das machen können. Und dann hätten wir in den US-Markt damit gepresst und hätten damit sogar ein ziemlich gutes Einkommen machen können. Also sogar zu zweit als Firma und so weiter und so fort. Ja, vor allem, weil du auch kein, also du kannst natürlich Texte schreiben, so wie es bei Jan Asara der Fall ist, aber du kannst die Karte ja auch mit, ja, du kannst die Karte auch einfach so raushauen. Ein One-Pager. Genau, ja, ein One-Pager oder dann das Wenige, was dann da ist, kannst du auch übersetzen. Das geht auch. Aber jede Karte an sich kann auch ohne irgendwelche Begriffsbezeichnungen da im Raum stehen und jeder kann sich sein eigenes Ding denken. Ja. Also sehr international. Gute sie schon, ja. Ja. Man muss aber schon sagen, wenn du jetzt hier diese Patreon-Map-Maker, die teilweise dann wirklich 20 Karten im Monat so rauspfeffern, die machen ja auch was anderes. Die produzieren ja im Prinzip ein Sammelsurium an Combat-Encountern. Das ist ja auch so ein bisschen eine andere Philosophie. Man muss jetzt aber schon sagen, jede Karte enthält erst einmal alles an Story-Gedanken, die der Autor hatte. Also wenn natürlich weniger reinfließt, ist auch weniger drin. Das muss man schon sagen, weil gute Karten inspirieren ja auch zu Geschichten, weil sie halt eben bereits einen Kontext kodiert haben. Und der Kontext ist ja am Ende das, was eine Karte stark macht. Dass es eben nicht irgendein Ort ist, sondern entweder du lieferst den Kontext als Spielleiter, indem du halt sagst, das ist jetzt nicht mehr irgendwie so generisches Dorf, sondern das ist jetzt, was weiß ich, Weblängen. Das ist jetzt irgendwie das und das und da wohnt Fürst so und so und das hat mit unserer Kampagne zu tun und der Vampir so und so ist dahin geflohen, der hat das jetzt unterwandert und den verfolgen wir schon seit drei Sitzungen. Und plötzlich hat dieses Dorf irgendwie einen Kontext. Aber trotzdem hilft es natürlich, wenn der Ort selber irgendwie eine, ich nenne es mal, eine Geohistorie hat. Weil jeder Ort in der Realität hat eine. Genau. Also jeder Ort in der Realität hat halt, egal von dem, was jetzt oder in den letzten 100 Jahren passiert ist, eine Historie seiner geografischen Form. Und das ist extrem wichtig. Das ist, was einen Ort zu einem Ort macht. Dass er irgendwie ein Existenzrecht hat, dass er sich über potenziell Dutzende von Jahren oder Hunderte von Jahren oder sogar Tausende von Jahren erarbeitet hat. Dass auch irgendwie in der ellenlangen Geschichte mit drin ist. Die muss man natürlich nicht komplett erarbeiten, aber man muss so ein bisschen mitdenken, dass der Ort eben irgendwie verortet ist im eigentlichen Sinne. Das ist auch die große Stärke von Jana Sauer gewesen, als wir das rausgebracht haben. Dass es eben in unserer fiktiven Welt verortet war. Und diese Orte tatsächlich in einer Relation zueinander standen, in einer kompletten Historie und in einer kompletten Geografie. Deswegen ergab das auch teilweise so viel Sinn. Nur schon deswegen, was halt in diesen Relationen stand. Ja, Kontext ist halt alles. Ich hatte jetzt den geografischen Kontext hatte ich einmal mit reingebracht. Ich hatte jetzt aber auch schon über die Burg gesprochen. Warum steht die jetzt wo und wie? Und da habt ihr ja auch Karten, nicht viele, aber es gibt da zum Beispiel die Karte von der Burg und wie die Morte dann anwächst nach und nach. Die finde ich auch besonders spannend. Ja, eine unserer absoluten Lieblingsbogen in den Sportkarten. Die ist ja sogar im Making of Fave von Jana Sauer damals gelandet. Genau, richtig. Wie hat sich das entwickelt und so. Genau. Die hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also mit der Skizze und dann die ersten, weiß ich nicht, 50 Jahre, dann die ersten 100 Jahre und wie sie dann nach 200 Jahren aussieht. Wie dann die Brücke auch erst gebaut worden ist, nachdem es dann ein kurzes Floß gab und dann aus der Holzbrücke wurde eine Steinbrücke und das Dorf wurde reicher und reicher und größer und größer und die Felder wurden ausgebaut und der Wald wurde weggerodet. Also diese chronologischen Karten, das ist ja das, was du eben angesprochen hast, dass jedes Dorf hat irgendeine Geschichte und eine Historie und dass man das auf diesen Karten eben auch so sehen kann und das springt einem ins Gesicht. Das finde ich eben auch so schön, gerade bei der Karte. Ja, man kann das ja bei einer guten Karte auch bei einer einzelnen Karte sehen. Also wie ich ja immer wieder sage, Karten sind kodierte Informationen. Du kannst aus einer Karte bis zu 100% der Informationen auslesen, die drin sind, aber du kannst nichts daraus lesen, was nicht drin ist. Was nicht einkodiert wurde, existiert nicht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Karte mache von einem mittelalterlichen Dorf, dann denke ich dabei über eine Menge Sachen nach. Ich fange grundsätzlich eigentlich immer damit an, dass ich mir überlege, wie wurde dieses Dorf gegründet? Wie lange ist das her? Ist dieses Dorf gewachsen? Denn das kennt man zum Beispiel sehr schön aus der Städteentwicklung. Die meisten Orte entstehen um irgendeinen, um einen Zellkern, so einen Nukleus herum. Du hast dann meistens so den zentralen Dorfplatz, hier in Europa dann meistens so, da ist die Dorfkirche, da ist der Friedhof, dann sind so vier, fünf Gutshöfe außenrum. Und dann wächst das so nach und nach. Dann wächst das die Straße entlang, dann wird der eine Gutshof aufgeteilt zwischen mehreren Erben und plötzlich werden die Felder da hinten aufgeteilt und sind nicht mehr so breit. Und dann braucht der eine eine neue Scheune, weil er sich mit seinem Bruder gestritten hat. Dann kommt irgendjemand auf die Idee, nicht mehr hinter die Büsche zu kacken, sondern eine Latrine zu bauen. Und plötzlich wollen alle eine Latrine haben. Die muss aber irgendwo sein, wo das ganze Zeug abfließen kann, außer man gräbt sie regelmäßig aus. Dann ist Bewässerung so eine interessante Sache. Dörfer in ihrer Anfangszeit zum Beispiel, die müssen sich mit den Naturbedingungen abfinden. Eine Siedlung allerdings, die sich verfestigt, die sagt der Natur irgendwann, nee, du machst das so, wie wir das wollen. Und dann fangen die an, Flüsse zu begradigen, Wasserkanten zu befestigen, Deiche zu bauen, Schutzdämme. Gleich, dann kommen noch Mauern dazu. Und sobald du erst mal eine Mauer hast, wird es erst richtig interessant. Ich glaube, wir hatten eine Stadtführung durch, ich glaube, Weinheim war das. Da haben die Leute 100 Jahre lang einen Berg weggegraben. Das war nicht viel. Das war nur so ein kleiner Wasserkanal, der dann aus den Bergen entlang geflossen ist, einmal am Rand der Stadt vorbei, damit die ganzen Gerber und die Färber dann in diesem kleinen Kanal ihre Sachen einmal auswaschen konnten, und damit der Gestank dann gleich weggeflossen ist. Die haben 100 Jahre, drei Generationen, vielleicht drei und ein bisschen Generationen, haben die nur diesen einen Steinkanal gebaut, damit ihre Gerber und Kirschner und wie sie alle hießen, die Stadt nicht vollgestunken haben. Das ist krass. Gerber und Färber sind die, also Gerber, Färber und Kupfer, die Hölle für die Wasserversorgung einer Stadt und für alle Menschen, die flussabwärts leben. Da hast du dann teilweise, da gibt es zum Beispiel interessante Forschung zu, es gab im Mittelalter so ein paar Orte, deren Nachbarn flussabwärts waren spürbar dämliche. Durch die Schwermittele im Wasser. Ja, genau, durch die Bleivergiftungen, durch die Färbemittel, durch die Gerbemittel. Die waren dann übrigens nicht nur spürbar dümmer, wenn man sich mit Blei und seiner Auswirkungen auf das menschliche Gehirn auskennt, weiß man, die waren auch spürbar aggressiver. Nicht gut verträglich. Und das hat sich unter einige Probleme gegeben. Da gibt es also italienische Handelsstädte, die hatten dann Konflikte mit ihren de facto selbst geschaffenen Räuberdörfern. Lustige Sache, ja. Oder Stadtmauern zum Beispiel. Das finde ich immer wieder faszinierend. Stadtmauern, egal welcher Form, oder selbst Dorfbefestigungen, wirken sich ja darauf aus, wie so ein Dorf wächst. Sobald du eine Mauer drum ziehst, hast du ja gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Das ist Stadt und alles, was draußen ist, ist keine Stadt mehr. Das sind dann die Bauern. Ja, eine Zeit lang halten sich alle dran, weil es ja auch einen Vorteil hat, in der Mauer zu sein. Und dann fängt die Stadt an, sich in diese Mauer rein zu pressen. Wie so ein dicker Mafiosi, der die ganze Zeit Pizza isst, sich in seinen Anzug presst und das Ganze immer mehr aus den Nähten quillt. Und irgendwann macht es Bumm und die Stadt expandiert über die Mauer hinaus. Und plötzlich hast du außerhalb der Mauer, also direkt außerhalb der Mauer, größere Häuser als direkt dahinter. Denn direkt dahinter sind die ja alle unter Platznot gebaut worden. Und plötzlich, du gehst raus und plötzlich ist es wieder frei. Dann sind die Felder umfunktioniert und plötzlich wuchert die Stadt wieder. Und noch später irgendwann kommst du zu der Phase, wo die Stadtherren sich fragen, brauchen wir diese alte Mauer eigentlich noch? Und dann werden die geschliffen. Wir haben ein Wort in unserer heutigen Sprache, das genau daher kommt. Boulevard. Ein Boulevard entsteht dann, wenn du ein Bollwerk schleifst. Boulevard, Bollwerk, das ist die gleiche Etymologie. Und der Boulevard ist eine große Prunkstraße. Ja, warum kann die Stadt da plötzlich eine Prunkstraße haben? Ja, weil jede Menge Platz da ist. Das ist plötzlich zehn Meter breit. Da stand vorher eine nutzlose Mauer. Die ist jetzt weg. Bam, Riesenstraße. Kannst ja auch keine Holzer mitten reinbauen, weil ansonsten hast du ja zu enge Gassen. Macht also Sinn, das so zu lassen. Das ist auch eine Feuerschneise. Das kommt auch dazu. Oh ja. Also nicht alles aus Stein, sondern gerade im inneren Kern hast du noch viele Holzhäuser. Und wenn du dann irgendwie ein Feuer hast, was dann ausbricht, deswegen hast du ja auch Marktplätze teilweise. Nicht unbedingt, weil der Markt, also weil irgendwelche Händler sich dann da hinstellen können, sondern weil das eine Brandschneise ist. Und ein Knotenpunkt für Straßen. Also das sind alles spannende Sachen. Und wenn man sich dieser ganzen Sachen gewahr ist, wenn man das nach und nach lernt, welche Sachen davon wie wichtig sind und sich diese Gedanken macht, dann kann man das ja alles in so eine Karte einkodieren. Und das erzeugt dann sehr plausible Karten. Also das, was du jetzt eben so sagst, also klar, ich hab halt auch richtig Bock auf Mittelalter. Ich glaub, wir fast alle, also Rollenspieler und Nerds und Pen & Paper hier und da, wir sind alle irgendwie schon so ein bisschen ins Mittelalter verliebt. Sonst würden wir auch nicht so viel Fantasy spielen und DSA hier und Splittermond. Aber all diese Sachen, die du jetzt erzählt hast, auch wenn ich Bock aufs Mittelalter hab, ich kann nicht erwarten, dass das jeder weiß. Wenn du es jetzt so erzählst, klar, dann grinse ich und denke mir, ja, okay, geil, erzähl mir mehr. Ich möchte mir mehr und mehr Informationen dazu hören. Aber du musst das ja auch lesen können. Also wenn du dann plötzlich so eine Karte siehst und da ist der große Boulevard, dann denke ich mir, ja, nee, Moment, warum hat er da jetzt so viel Platz gelassen? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn du es mir so erklärst, ja, ergibt Sinn. Jetzt ist aber eine interessante Sache die, selbst die Sachen, die du nicht verstehen kannst, selbst die Sachen, die du nicht dekodieren kannst, haben trotzdem einen nützlichen Effekt. Nimm mal an, ich würde, also wenn ich jetzt heute eine neue Stadtkarte entwerfen würde von einer, sagen wir mal, spätmittelalterlichen Kleinstadt. Und ich mache mir da so diese ganzen Gedanken und ich überlege mir zum Beispiel sowas wie, hey, ich habe jetzt entschieden, in dieser Stadt gab es ein Feuer und zwar vor 50 Jahren. Und bei diesem Feuer ist alles zwischen dieser Straße und dieser Straße restlos niedergebrannt. Und danach ist dort alles komplett neu aufgebaut worden. Dann hast du ein Stadtviertel, das du nachvollziehen kannst, an den verschiedenen Straßenverläufen, das plötzlich anders gebaut ist als der Rest. Und zwar je nachdem, war die Stadt zu dem Zeitpunkt wohlhabend? Dann nutzen reiche Leute die Gelegenheit und sichern sich endlich größere Grundstücke und bauen Villen in der Stadt. War die Stadt bettelarm und von außen bedroht und in ihre Mauern gepresst? Ja, dann sind in diesem Viertel nicht größere Häuser entstanden, sondern noch ärmlichere Löcher. Kleine Karten. Und dann ist auch zum Beispiel so ein Ding, ja, wie sehen denn zum Beispiel die Hinterhöfe von so einer Stadt aus? Du kannst unheimlich viel damit kommunizieren, aber selbst wenn du nicht kommunizieren kannst, weil dein Gegenüber die Informationen nicht versteht, es sorgt trotzdem für mehr Abwechslung, es macht das Ganze optisch interessanter. Also auch die Sprache, die du nicht verstehst, ist Noise und Noise ist gut. Menschen hassen Muster. Eine unserer stärksten Fähigkeiten ist die Erkennung von Patterns. Wir sehen ja sogar auf dem Mars Gesichter, obwohl da nie welche waren. Wir gucken nachts in die Schatten und meine Frau sagt, oh guck mal, da ist ein Skelett in den Bäumen. Und da ist natürlich kein Skelett in den Bäumen, aber für diesen Moment konnte sie dort ein Skelett in den Bäumen sehen. Und Muster in Karten sind ganz, ganz böse. Wenn du das Gefühl hast, diese Karte ist so mit so einem Stempel gemacht, äh, bäh, ach, widerlich. Das ist für mich das absolute Grauen bei diesen ganzen Generatorkarten. Ey, ganz ehrlich, nichts gegen diese Generatorprogramme. Ich finde die toll, ja, für Spielleiter zu Hause, damit jeder Laie sagen kann, okay, ich habe hier ein Bild im Kopf und ich mache dazu jetzt ganz schnell was, was ausreichend gut ist. Super. Ich will es aber nicht kaufen. Das ist nicht, so viel ich Geld ausgeben will. Und ich finde auch nicht, dass es einen Wert hat jenseits der persönlichen Vision. Aber das macht es ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber zum Beispiel Dächer. Dächer sind so ein Ding. Wenn alle Dächer einer Stadt gleich aussehen, zucke ich bereits. Und das sagst du als Berliner. Das sagst du als Berliner. Hast du Berlin mal von oben gesehen? Ja, ja, deswegen sag ich ja. Berlin ist eine unheimlich interessante Stadt tatsächlich, was das angeht. Ich war schockiert, als ich in London mal war. Also als ich das erste Mal in London war und ich bin auf das Dach der St. Paul's Cathedral gestiegen und ich gucke über London und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist die hässlichste Stadt, die ich je gesehen habe. Alles ist grau. Alles sieht gleich aus. Alles wie graue Legosteine auf einen Haufen geschüttet. Und wenn du in Berlin zum Beispiel auf den Fernsehturm oder den Funkturm gehst und du guckst dich um, dann hast du so ein Meer aus Bäumen und überall ragen Dächer unterschiedlicher Art raus. Ein langes, ein kurzes, ein flaches. Einige sind rot, einige sind grün. Hier und da sind so ein paar blau. So ein paar sind Ocker. Unheimlich vielseitig. Städte und Orte haben ja so einen Charakter und den kannst du ja kommunizieren über so eine Karte. Dächer sind ein tolles Stichwort, weil wenn du eine Karte machst von einer Stadt, dann sind Dächer ein echtes Problem. Also auch für mich als Grafiker. Das ist eine echte Herausforderung. Denn wenn alle Dächer gleich aussehen und zwar, ich meine, wirklich identisch sind, fällt dir das sofort auf. Pattern Recognition. Mensch sieht, okay, bei jedem Haus ist da diese eine Dachschindel, die eine andere Farbe hat. Bei jedem Einzelnen. Das ist alles das gleiche Haus. Suspension of disbelief. Ab dem Zeitpunkt kannst du das auch nicht mehr ungesehen machen. Aber es wäre genauso ein großer Fehler, wenn jedes Dach einzigartig ist. Und zwar einzigartig ist, was Farbe angeht. Denn das macht ja keinen Sinn. Wo kriegen die Leute denn ihre Dachschindeln her? Die meisten immer der gleiche Ton. Die haben so gewisse Quellen, da kommt ihr Zeug her. Und das sind immer die gleichen. Die eine Dachziegelei im Ort, die macht das vielleicht seit 100 Jahren. Das heißt, jedes Haus, das mit diesen Schindeln gedeckt hat, Aber du hast Moos und Moos wächst eben anders dann. Ah. Das ist der nächste interessante Punkt. Witterung. Die Zeit. Absolut. Das ist ja auch so ein bisschen Storytelling. Damit kann ich ja als Kartendesigner kann ich ja damit zeigen, zum Beispiel, hey, der Typ hier kümmert sich nicht gut um sein Haus. Die Dachschindeln sind dreckig und da wächst Moos drauf. Und bei seinem Schuppen hinten ist schon ein Loch im Dach und da wächst so eine kleine Birke raus. Und schon kannst du sehen, okay, das ist irgendwie verrottet. Vielleicht ist es völlig verlassen. Oder der Besitzer ist verarmt oder verschuldet. So über Farbschattierungen kannst du was machen. Da finde ich zum Beispiel italienische Dörfer sehr spannend zu studieren. Es gibt so ein paar gut erhaltene mittelalterliche Orte in Italien. Wenn du dir die von oben anguckst, dann kannst du nicht mal die Gassen sehen. Du siehst nur Dächer. Nur Dächer. Weil sie die Gassen rübergebaut haben? Ja. Die Dächer sind alle so überragend, dass nur so ein halber Meter Schlitz oben zwischen den Stockwerken noch ist. Ja, besonders, wenn die Gebäude noch oben nicht noch breiter werden. Genau. Irgendwie den Platz besser zu nutzen. Da hast du die Erdgeschosse, die sind unten gassenbereit, also handkarrenbereit. Und direkt darüber geht es dann enger zusammen, sodass die Leute sich von Fenster zu Fenster die Hand reichen können. Weil die Fenster halt nur den Zweck haben, dass Luft und Licht reinkommt. Weil das aber Italien ist, ist es da vergleichsweise heller und wärmer und angenehmer und angenehmer als bei uns. Und es kommt mehr Licht durch weniger Fenster rein, sodass das funktioniert. Dadurch, dass es da weniger staubig und dreckig ist, wegen Seewind und allem möglichen, sind die Dächer auch nicht alle so verdreckt, wie sie es teilweise hier wären. Und sie haben dann teilweise besseren Zugang gehabt zu guten Ziegeln, weil das Römische Reich da einfach eine Menge Infrastruktur hinterlassen hat. Und schon hast du haltbare Dächer und dann sieht der Ort aber von oben recht langweilig aus. Das kann man dann aufbrechen mit interessanten Gebäudeformen. Türme zum Beispiel oder die Frage, wie ist so ein Haus verschachtelt? Klar, das langweiligste Haus ist einfach so ein Ziegelstein mit einem Dach drauf. Aber du kannst hier auch gewinkelte Häuser bauen. Häuser, die der Straßenform folgen. Es gibt ja auch runde Häuser oder Häuser, die hinteneckig sind und vorne rund, weil da halt die Straße rund war und jemand sich gedacht hat, ich schenke der Allgemeinheit nicht einen Zentimeter Bürgersteig. Und weißt du gleich, wo der Grumpy Man im Dorf wohnt? Das ist ein Haufen sehr spezifisch für Aussagen über weltweite Geografie und Architektur. Hat jetzt ja eigentlich nichts spezifisch mit Karten zu tun, sondern mehr mit der Frage halt, wie designe ich einen Ort? Also was für eine Charakterisierung nicht den verpassen? Da kann man sich natürlich in der Realität bedienen, aber wenn man halt nicht weiß, was man da gerade klaut, kann das auch zu ziemlichen Blödsinn führen. Und da ist dann tatsächlich das Problem, dass die Pattern Recognition von uns Menschen wieder anspringt. Also wenn du mir tatsächlich halt sagst, etwas vorlegst, wo ich mir denke, okay, das erinnert mich an etwas, aber das ist irgendwie einfach falsch, dann liegt es vermutlich daran, dass du einfach so ein paar Aspekte nicht verstanden hattest. Aber eigentlich läuft das doch alles so ein bisschen auf Storyfizierung hinaus. Also dass dein Ort halt in deinem Kopf ein Ort sein muss und nicht einfach nur ein Assignment von Pixeln. Und das ist eigentlich da, wo ich dann glaube ich dann ja, das ist absolut uninspiriert, aber wenn du halt tatsächlich einfach nur irgendwie Zeug zusammenbastelst und dann sagst, ha, guck mal, ich habe ganz viele Aspekte von irgendwo geklaut, aus sieben verschiedenen Dörfern, aus zwölf verschiedenen Kontinenten, dann hast du Potenzial auch einfach Mist. Tatsächlich ist das so ein klassisches Form-follows-functions, denke ich. Ich meine, du hast ja vorhin mal gesagt, lassen Sie über holistischen Wellenbau sprechen. Das ist ja im Prinzip Teil von Holistik, dass du halt nicht einfach nur wild Sachen aneinanderschmeißt, sondern dich fragst, warum ist das hier? Auch dein, wieso steht die Burg denn jetzt da und nicht woanders? Hier ist halt schön. Wenn du findest, da ist es schön, dann sorg doch dafür, dass es einen Grund gibt, dass es da steht. Das ist doch auch besser, weil der Punkt ist halt, jede Karte, die keine Wegwerfkarte ist, könnte potenziell für mehrere Sitzungen in Benutzung sein. Und da muss man ja ehrlich sein, wenn fünf Leute, also die klassische Rollenspielrunde, über, sagen wir mal, 20 Spielstunden insgesamt, dann Haufen Entscheidungen draus zieht, ihr ganzes Bild von diesem Orden und so weiter prägt. Und dann hast du vielleicht noch 500 Leute, also 500 Gruppen, die es insgesamt spielt. Das ist ein Haufen Leute, die davon profitiert hätten, wenn du dir mal zwei Stunden mehr Zeit genommen hättest, das Ding zu designen. Ich weiß, manchmal ist es ressourcenmäßig nicht möglich, aber im Voraus so ein bisschen schon mal die Historie und die Story mitzudenken, die da sein könnte, ist schon sehr hilfreich. Und muss ja auch nicht von allem, aber dann klau halt richtig. Jetzt mal ganz, 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 ganz einfach überschlagen. Wenn du davon ausgehst, dass du eine Karte von einem Ort machst, der von ungefähr 500 Leuten aktiv bespielt wird und dieser Ort irgendeine, eine echte Form von Relevanz hat innerhalb der, der jeweiligen Geschichte, dann kannst du grob schätzen, diese Karte ist eigentlich so um die 2000 Euro wert. So. Vielleicht sogar mehr. Wenn du dann 200 Euro da reinsteckst, dann hast du halt das entsprechende Resultat. Ja. Wobei es, glaube ich, aktuell nur einen Verlag in Deutschland gibt, der neben uns so einen Nutzen aus solchen Karten ziehen könnte. Wir bei uns, weil unsere Produkte zentral sich um solche Sachen drehen und wir das deswegen sehr gut nutzen können und ansonsten, der grüne Drache, nur Ulysses Spiele hat die Reichweite ansonsten eine Auflage zu produzieren, dass sich richtig gute Karten lohnen und DSR hat ja auch richtig gute Karten mitunter. Also gerade die Städtekarten sind ja immer sehr liebevoll gemacht gewesen. Die befolgen zwar jetzt nicht immer alle von den Kriterien, die ich für wichtig finde. Also zum Beispiel, ja, alle Häuser der gesamten Stadt haben den gleichen Rottondach. Oder es gibt nicht einen einzigen Menschen in der ganzen Stadt, der der Meinung war, ein Turm wäre eine Idee. Anbauten gibt es auch nicht. Niemand braucht Parkplätze für Karren. Es gibt kaum Wirtschaftsgelände. Oder im Falle von der Kaiserhauptstadt Garret, Leute, die sich mit Karten auskennen, gucken drauf und sagen, diese Stadt verdurstet und verhungert, weil sie keinen Zugang zu Wasser und guten Transportwegen haben. Das kriegst du alles mit Geweihten hin. Aber ja, wir hatten uns ja in den vergangenen, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren hatten wir uns auch mal über die eine oder andere Karte ausgetauscht. Ich erinnere mich noch, dass ich dir die Karte von einem Sternenburg gezeigt hatte, wo du das erste Mal dann direkt aufgeschrien hast nach dem Motto, ja, aber warum sind denn die Tore direkt an den schwachen Stellen und nicht an den Stellen, wo sie gut zu verteidigen sind? Oder wenn dann den Maßstäben nicht stimmen, das ist auch so ein Ding, schlechte Karte, wenn dann deine Häuser entweder, ja, deine Häuser sind zwei Meter groß, breit, oder aber sie sind vielleicht nicht 20 Meter, sondern 40 Meter breit. Also mag sein, dass du sehr viele reiche Leute in dieser Stadt hast, aber wenn jedes Haus 40 Meter breit und lang ist, weil deine Legende oder dein Maßstab dir das eben suggeriert, dann, also ich bin echt oft dabei, dass ich dann den Maßstab komplett rausnehme und dann sage, nee, wir machen das mit meinem Maßstab, der dann eben irgendwie funktioniert. Probeorientierung, ne? Also was ich immer mache, ist, dass ich mir angucke, wie breit ist die Straße, dass dann irgendwie, eine Straße ist dann drei Meter breit, da passen dann zwei Karre nebeneinander durch und danach folgt eben alles andere dem, der Breite der Straße. Das ist immer so, so wie ich dann versuche zu eichen. Ich hab da ja den, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte, eine Fantasy-Karte, eine Mittelalter-Karte oder sowas mache, hab ich ja den Vorteil, ich hab ja meine Karren, also ich hab ja irgendwie so zwei Dutzend verschiedene Karren und gelegentlich mach ich mal neun, wenn ich einen brauche und dann platziere ich die irgendwo und dann weiß ich schon mal, wie breit ist die Straße, wenn sie einen Karren breit ist. Dann hab ich eine spezielle Brush, die ist für Karrenspuren. Die hat also die Spurbreite von verschiedenen Karren und die benutze ich dann übrigens auch am Ende, um Schmutz zu malen. Also wenn ich die Straßen fertig habe, dann fahr ich sozusagen mit meinem virtuellen, mentalen Karren an bestimmten Stellen entlang und nutze diese Straße ab. Und sagst du auch, wo wird viel, wo sind viele Händler unterwegs? Das sagst du ja auch dann gleichzeitig. Ich rangiere dann da auch rum oder sowas. Also wenn da irgendwo auf einem Hof steht ein Karren, ja dann parke ich den ein paar Mal hin und her aus mit diesem Pinsel. Und zwar immer auf eine leicht unterschiedliche Art und Weise, weil es ist ja schließlich kein Tesla mit Einparkautomatik. Und dann gehe ich mal mit einem Weichzeichner drüber und mal danach nochmal drüber. Dann hast du die alten Spuren, die schon ein bisschen verwaschen sind und die neueren Spuren. Und das sorgt dann natürlich für eine Menge Plausibilität. Und der Maßstab stimmt natürlich. Also das, bei unseren Karten weiß ich, ja alles davon ist perfekt, weil ich es gemacht habe. Und ich habe es aus der Sicht gemacht, die ich von meinen Eltern so aufgesogen habe. Mein Vater war Architekturgrafiker und meine Mutter war wissenschaftliche Grafikerin an der SU, erst bei den Meteorologen, dann bei den Geologen. So gesehen ist es auch nicht fair, wenn ich jetzt mich vergleichen würde mit anderen Leuten, die Karten machen. Denn das ist im Prinzip so, als wenn du den Sohn eines Boxers und einer Kickboxerin nimmst und sagst, ja der ist jetzt gut in Mixed Martial Arts. Ja natürlich ist der gut in Mixed Martial Arts. Du brauchst aber auch einen Monat länger für die Karten als alle anderen. Das kommt halt auch dazu. Es ist ja nicht schlimm, aber ist tatsächlich nicht mehr so der Fall. Bei den letzten Fantasy-Karten, die ich gemacht habe, habe ich ungefähr drei Tage pro Karte gebraucht. Okay. Ja, das geht schon. Also man muss aber sagen, die Basics von dem, was Thorsten da sagt, die kann man anwenden, selbst wenn man kein Geografensohn ist. Weil das ist erst mal das ist einfach nur der Punkt, habe ich etwas zu erzählen? Weil wie gesagt, das in deine Story ist reinkodiert, was du dir gedacht hast. Und wenn du dir nichts gedacht hast, dann ist da halt auch nichts. Genau, also holistischer Weltenbau. Du hast es eben angesprochen. Du musst dir erst überlegen, was ist das für eine Stadt? Was haben die für Handelswaren? Weil auch die Handelswaren sagen dann, wie breit sind die Straßen? Wo sind eventuell meine Äcker? Oder meine Berge, wo ich dann den Wein anbaue? Oder so. Also all das muss... Du musst auch nicht viele. Ja, bevor du anfängst zu zeichnen, solltest du dir das überlegen. Und danach kannst du mit einer Skizze anfangen und die dann weiter verfeinern. Und vielleicht kommen dir, während du die Skizze gemalt hast, kommen dir dann weitere Gedanken. Und das kannst du alles noch mit aufnehmen. Aber wenn du einfach anfängst, ich zeichne jetzt mal die Taverne und daneben ist der Schmied, dann wird das nichts. Ja, und du musst dir nicht viele Gedanken machen. Also Holistik kannst du ja bis ins Noch und Noch irgendwie durchziehen und jeden Gedanken irgendwie prüfen, wer das jetzt welche Auswirkungen hat. Aber das musst du gar nicht. So ein paar wenige Basics, irgendwie so dieses... Erstens, worum dreht es sich hier? Was ist hier mein Thema? Wie lange gibt es den Ort eigentlich schon? Ähm, was soll hier stattfinden? Das hat jetzt nicht mit Holistik zu tun, das ist Storyplanung. So, was stelle ich mir vor, was hier so passieren könnte? Wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, werden Kämpfe stattfinden, muss ich Kämpfe mitdenken. Ähm, und halt ein paar der Basis abklopfen. Bei Ortschaften immer die Frage nach Wirtschaft stellen und nach sozialer Ordnung. Also es gibt es zum Beispiel, ist zum Beispiel ein sehr äqueler, ein Ort mit einer sehr, sehr starren Hierarchie oder es ist ein Ort mit einer sehr breiten Gesellschaft, die irgendwie auf Augenhöhe agiert, weil eine Demokratie eine andere physische Form als eine Autokratie. So irgendwelche Panzerprunkstraßen brauche ich halt nur in Moskau, aber nicht wirklich irgendwie in Liechtenstein. Ähm, ist halt so. Das ergibt dann auch Sinn. Du musst nicht tausend Sachen prüfen, aber so ein paar Elemente, von denen du sagst, dieser Ort steht für diese Gedanken. Also wenn du halt auch sagst, ja, das ist eine Stadt, die dreht sich um Magie, hey, dann stell doch bitte nicht nur drei Magiertürme auf, sondern mach dir auch ein bisschen Gedanken, hey, wie können die Infrastruktur sich zentral verändern? Wie ist zum Beispiel die Lichtsituation? Das wäre eigentlich das Erste, was ich mich frage, in der Stadt der Magier, wie ist die ausgeleuchtet? Die ist doch wahrscheinlich großartig ausgeleuchtet irgendwo im Mittelalter. Also wenn ich halt den Vergleich dann hätte von irgendwie Gmutzdorfen zu irgendwie die Hochstadt der violetten Magier. Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die einen haben wahrscheinlich gar keine Lichter auf der Straße, und die anderen wiederum haben wahrscheinlich leuchtende Kristalle noch und nöcher, irgendwelche Geister, die rumsausen und Licht produzieren und was weiß ich nicht alles. Dann muss ich das ja auch mitdenken. Ja, vor allem für deine Rituale. Das lohnt sich dann auch. Für deine Rituale brauchst du viele Kerzen. Das heißt, du wirst auch viele Kerzenzieher in deinem Dorf haben. Potenzial, ja. Dann hast du potenziell auch eine wirtschaftliche Kette. Das ist tatsächlich ein Teil der Holistik, ja. Dass du dich halt fragst, was ist eigentlich die Logistik von Magie? Genau, also wenn Magier hier sind, was folgt? Wir denken ja alle wie Spielleiter, ne? Bei der Stadt der Magier würde ich mir zum Beispiel denken, hm, da wo Magier sind, da wird bestimmt Alchemie gemacht. Ist Alchemie in dieser Welt eigentlich gefährlich? Und wenn Alchemie gefährlich ist, produziert sie Abfallstoffe, produziert sie Gifte, produziert sie gelegentlich Monster. Riesige Müllberge. Wenn sowas der Fall ist zum Beispiel, dann macht es vielleicht Sinn, das Alchemistenviertel abzuschotten. Und tatsächlich zu sagen, ja, da ist eine Mauer um das Alchemistenviertel, die wird bewacht, damit die komischen Missgeburten, die da gelegentlich aus den Töpfen kriechen, nicht in die Stadt entkommen. Oder außenrum ist eine extra Gasse, wo Wachleute mit Hunden patrouillieren gehen, damit die fünfäugigen Frösche gefangen werden können, bevor sie Unheil anrichten. Oder was ist, wenn da gelegentlich Geister, Golems oder Untote ausbrechen? Dann will man das vielleicht auch so ein bisschen unter Kontrolle halten können. Ja, du brauchst auch deinen Kanal, damit der ganze Scheiß dann noch abfließen kann. Und am besten nicht wieder zurück in den Fluss, sondern irgendwie in eine andere Jauchegrube. Oder flussabwärts der Stadt. Wo die Feinde leben. Wo die aggressiven Bleifröschmenschen leben. Ja, genau. Und Scheiß auf die Nachbarn. So, das funktioniert hier auch. Und sowas prägt aber eine Stadt. Also allein schon zu sagen, okay, hier ist tatsächlich ein Sperrviertel drin in dieser Stadt aus irgendeinem bestimmten Grund. Gab es ja auch für andere Bereiche. Ich meine zum Beispiel im Mittelalter gab es Orte, da war zum Beispiel Prostitution eingehegt. Rotlichtviertel. Die teilweise abgesperrt waren. Wo Mauern drum waren mitunter. Wo es zum Beispiel hier die, das berühmte italienische Nudelrezept, Pasta Putanesca, hat der Legende zufolge seinen Ursprung daher, dass die Prostituierten aus dem Rotlichtviertel nicht einfach frei ein- und ausgehen durften. Und deswegen schnelle, einfache Gerichte kochen mussten für sich, die sie mit haltbaren Lebensmitteln zubereiten können. Damit sie sich unter der Woche oder wie auch immer das da geregelt war, versorgen konnten. Wenn du eben nur zweimal pro Woche raus darfst, um einzukaufen. Generell ist ja Form, Follows, Function immer eine gute Grundlage. Also immer die spannende Frage, wie funktioniert, wie zeigt man an diesem Ort Macht? Zeige ich Macht dadurch, dass ich ein großes Haus am Hauptplatz besitze? Eine Möglichkeit. Dann sitze ich aber mitten in der Stadt. Vielleicht ist es da ja hässlich und stinkt. Und vielleicht will ich da ja gar nicht sein. Dann würde man ja Macht gar nicht zeigen mit einem möglichst großen Haus am Hauptplatz. Dann haben ja vielleicht alle reichen Händler oder Geschäftsleute nur ein richtiges Kontor mit einer schicken Fassade, die über und über geschmückt ist am Hauptplatz. Aber das Haus ist recht klein. Und ihr eigentlicher Wohnsitz ist am Stadtrand. Oder vielleicht sogar außerhalb. Vielleicht leben die reichsten und mächtigsten Leute einer Stadt plötzlich alle auf Gutshöfen um die Stadt herum. Oder haben ihr eigenes Viertel oder ihren eigenen Hügel. Gab es ja in Rom zum Beispiel früher solche Aufteilungen, dass es bestimmte Gebiete gab, wo es Unmengen Villas gab. Villas, nicht Villas. Villas sind Straßen. Ja. Wo es Unmengen Villas gab. Dann dazwischen eben nicht. Auch eine tolle Frage. Ist die Stadt gewachsen oder ist sie geplant? Auch gut. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so mit, ich glaube, fünf, sechs Jahren rum, das erste Mal SimCity gespielt habe. Da fand ich die Städte völlig bescheuert. Das sah alles dämlich aus ohne Ende. Diese komischen Würfeldingen. Also hat Spaß gemacht. Keine Frage. Ich habe das gezockt ohne Ende. Aber optisch war das irgendwie alles grotesk. Völlig albern, lächerlich, stumpfsinnig geradezu. Das hat fast acht oder neun Jahre dann gebraucht, bis ich irgendwann tatsächlich realisiert habe, oh, amerikanische Städte sehen so aus. Die sind rechtwinklig gegrittet. Da ist Würfel an Würfel an Würfel an Würfel. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich das nicht tatsächlich irgendwann mal genauer dann studiert hätte. Und ich meine, ich war da. Ich war in New York. Ich war in Los Angeles. Aber das siehst du nicht, wenn du halt, wenn du Forschperspektive hast. Ist mir am Boden und als Jugendlicher nicht so aufgefallen. Aber das dann später mal auf den Plänen zu sehen tatsächlich, dass das auch wirklich exakt Ost, West, Nord, Süd, alles 90 Grad, die gleichen Größen überall mit ganz wenigen Ausnahmen, hätte ich nicht gedacht. Zu dem, was du eben gesagt hattest, wohnst du dann lieber am Marktplatz oder draußen, weil vielleicht ist es drin hässlich. Da fällt mir die Geschichte von Marburg ein. Da ist der Kirchturm nämlich schief. Also ähnlich wie beim Schiefenturm von Pisa. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Geschichten von den Marburgern dazu. Die einfachste und langweiligste ist natürlich, dass sich das dann irgendwie verzogen hat, weil dann das Holz noch nicht getrocknet war, sondern noch feucht war. Und die Steine sich so ein bisschen verschoben haben. Das ist natürlich eine langweilige Geschichte. Die andere ist, das wurde extra so gebaut, damit, wenn der Kirchturm fällt, er in Richtung der Bauern fällt und nicht in Richtung des Adels. Oder aber, dass der Teufel über die Stadt geritten ist, hat sich die wunderbare Pracht angesehen und ist dabei aus Versehen mit seinem Pferd an dem Kirchturm hängen geblieben und hat ihn dabei dann eben so ein bisschen aus Versehen aus der Bahn gebracht. Also diese Geschichten, klar, also warum sich das verzogen hat, das ist einfach baulich bedingt. Aber dass die Marburger so diese Geschichte erfunden haben, ja, die wurde extra, damit es auf die Bauern fällt, geplant. So dieses, ach, herrliche Ironie, Selbstironie. Das finde ich einfach grandios. Und dann solche Geschichten zu hören, das würde im Rollenspiel natürlich auch super, ja, Immersion schaffen, sag ich mal. Ist ja auch Sozialkommentar, ne? Auf alle Fälle, ja. Es ist eine Menge tatsächlich. Du hast ja bei sowas jetzt wie dem schiefen Kirchturm oder bei irgendwelchen anderen Baufehlern und sonst was, hast du ja gleich mehrere Ebenen drin. Einmal hast du die Information da rein kodiert, okay, da hat jemand Scheiße gebaut. Also zu irgendeinem Zeitpunkt waren die Leute da weit weniger kompetent, als sie es gerne gewesen wären. Und hatten danach nicht die Mittel, ihren Fehler zu korrigieren. Zweitens hast du dann den lokalen Mythos dazu. Und das ist ja schon mal eine Menge. Also daraus kann man ja auch eine Menge machen. Ich finde allein schon die Sache interessant bei solchen Sachen, okay, wir haben das gebaut, das ist irgendwie Mist geworden, aber wir haben das jetzt so gelassen. Das kann aber auch unterschiedliche Gründe haben. Ich meine, es gibt dann Leute, die sagen, ja, sorry, wir würden das gerne ändern, aber wir sind zu arm, das zu ändern. Oder, ja, wir würden das alle gerne ändern, aber der Turm gehört Ivar. Und Ivar ist, denke ich, im Traum daran, noch einen Cent mehr auszugeben für diesen Turm. Der ist geizig. Oder, ja, der Turm ist schief. Und nun? Fällt doch nicht um. Ist doch gut, funktioniert doch. Dann weißt du, okay, dann sind die Leute genügsam. Es gibt genügsame Leute, es gibt eitle Leute, es gibt geizige Leute. Und alles davon kann zum gleichen Ergebnis führen. Du kannst auch nach einem halben Jahr wieder in die Stadt kommen mit deiner Abenteuergruppe und dann ist der Turm tatsächlich umgefallen. Ja, zum Beispiel. Oder plötzlich gerade, weil er in der Zwischenzeit umgefallen ist. Oder so, ja. Der hat ja den Turm begradigt. Ja, der ist umgefallen, der hat 20 Leute erschlagen. Die Tochter vom Baron, die ist da drüben auf dem Stadtfriedhof begraben worden. Gibt schlimmen Erbfolgekonflikt jetzt und so weiter und so fort. Und schon hast du daraus auch noch Drama produziert. Das ist super cool, ja. Lustigerweise funktioniert sowas übrigens auch dann, wenn der Fehler in dem Bauwerk oder der Karte nicht beabsichtigt war. Also, wenn jemand eine Karte macht und er hat sich darüber nicht so Gedanken gemacht und er hat halt was falsch gemacht, wo du dir denkst, okay, das ist völliger Quatsch. Ja, lauf doch mal mit diesem Konzept. Und dann hat, vielleicht hat der Baumeister Scheiße gebaut. Kann ja auch sein. Wenn du hast so einen Fürsten, der hat eine Burg und du denkst dir, man, diese Burg ist echt nicht gut zu verteidigen. Und du triffst das erste Mal auf diesen Fürsten, der sagt, ja, Leute, ich habe hier diesen Feind, der bedroht mich. Ich brauche euch als Spione. Denn, also, meine Burg, die ist echt nicht gut zu verteidigen. Wenn er erst mal hier ankommt, dann will ich vorbereitet sein. Oder, ja, reißt mal bitte in folgendes Land hier in meinem Auftrag. Hier ist mein Siegelring. Und schafft mir mal den Baumeister so und so ran. Der muss diese Burg hinkriegen. Die ist völlig kaputt gebaut. Mein letzter Baumeister war Mist und der danach war auch Mist. Das ist ein bisschen aus der Note eine Tugend machen. Ich finde das einfach herrlich, wie man sich aus den Karten oder den Gebäuden der Art und Weise, wie sie angeordnet sind oder wie die Stadtmauer läuft, lief oder wie Brände entstanden sind und dann durch die Stadt gefräst sind, was man alles rauslesen kann, wenn man es eben zu interpretieren weiß. Oder aber du kannst es halt nur reininterpretieren, wenn du dir im Vorfeld Gedanken gemacht hast. Und das ist eben das, was wir jetzt immer wieder predigen, vor allem Tobi. Du musst dir halt Gedanken machen, bevor du deine Stadt ansetzt. Also wenn du nichts zu erzählen hast, dann... Das folgt ja eigentlich aus Wintersturm 1, ne? Ja, richtig, genau. Eine Geschichte. Also tatsächlich, das ist halt der Punkt, eine Karte ist erstmal nur eine Repräsentation von irgendwas anderem. Eine Karte ist wieder... Also ein Battlemap ist eine Repräsentation von einem Kampf. Also von dem Ort, wo der Kampf stattfindet. Und der Kampf hat ja einen Zweck. Ein Dorf ist eine Repräsentation von einem Dorf, das aber auch wieder in einer Spielenwelt existiert, wo etwas passieren soll und so weiter und so fort. Deswegen, Karten sind ja eigentlich gar nicht einfach nur Karten. Sie sind halt eine Orientierungshilfe für die Geschichte, beziehungsweise für die Gesprächnisse. Und als Orientierungshilfe halt eben vor allem Entscheidungs-Enabler. Weil das ist eigentlich immer eine wichtige Sache. Damit die Spieler was tun können, müssen sie den Ort verstehen. Und das sind Karten halt extrem hilfreich, damit sie auch wissen... Wir hatten ganz oft früher ohne Karten. Also die klassische Frage ist, äh, wo steht jetzt der Gegner eigentlich? Ja. Und dann kommt Thorsten, nimmt irgendwie einen Bleistift und macht halt kurz so ein, äh, hier ist die Wand, da ist der Typ, hier bist du und dazwischen ist dieses Auto. Ach so, dazwischen ist das Auto? Okay, jetzt weiß ich ja nicht, dass ich nicht auf den schießen kann. Oder umgekehrt, dass ich auf den schießen kann, ne? Das sind einfach nur so ganz dumme, äh, Entscheidungsprobleme, die dadurch halt einfach gelöst werden können. Oder auch so, ich will jetzt Hilfe holen. Ich muss zum Turm rennen, wo die Wachen sind. Ja, wo ist denn der Turm mit den Wachen? Dann sagt der Spieler, ja klar, du rennst los. Das dauert jetzt 40 Minuten. Äh, äh, ich dachte, der ist da hinten. Nee, ist er nicht, ne? Oh meinst, Tobi, hab ich doch vor 10 Minuten beschrieben. Hör doch mal zu. Ja, aber ich hab auch so viel anderes beschrieben. Und in meinem Kopf sieht es halt so aus. Ich hatte keine Karte. Aber in meinem Kopf ist die Karte so entstanden. Das ist, wenn ich deine Beschreibung einfach nur, zwar richtig gehört, aber falsch interpretiert habe. Oder anders interpretiert habe. Was ist, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie eine mittelalterliche Stadt denn aussieht zum Beispiel, wo man da überhaupt zu lang gehen kann, ne? Ähm, da hilft eine Karte halt schon irgendwie, diesen gemeinsamen Vorstellungsraum zu schaffen, der zumindest in seiner physischen Konfiguration einigermaßen gleichgeschaltet ist bei allen Mitspielenden. Wie die Stadt jetzt genau aussieht, wie die Mauern sind, und ob die Leute alle grimmig gucken, wie es riecht und so weiter und so fort. Das wird vielleicht gar nicht erwähnt. Dann stinkt's in meinem Kopf, stinkt's in deinem, stinkt's nicht, ne? Ähm, bei dir gibt's irgendwie Unmengen bleiverseuchte Zauberfrösche, bei mir nicht. Das ist ja egal. Ähm, das ändert ja am Ende des Tages nichts, wenn wir zumindest beide wissen, wir befinden uns auf dem Marktplatz und der Vampir ist jetzt vom Dach gesprungen. Okay. Und ich weiß auch, von welchem Dach. Weil wir, du kannst sagen, da ist da. Wie hoch ist das denn? Ja, das spielt vermutlich erstmal keine Rolle, weil ich kämpfe ja unten auf dem Marktplatz und nicht oben auf dem Dach. Ja, aber es spielt eine Rolle, wenn du hinterher springen willst. Er ist ja runtergesprungen. Ach so, wenn du ihm hinterher runterspringen willst. Ja, ja. Okay. Ja, aber das ist ja dann vermutlich eine epische Szene und der Spielleiter wird ja dann schon beschreiben, wie der dann nach unten segelt. Ja, ähm, da haben ja einige Spiele eine Menge Altlasten tatsächlich, ne? Ähm, der Klassiker ist ja halt Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons hat diese historische Altlast, ähm, dass es nie konzipiert gewesen ist, technisch betrachtet, ähm, um, naja, was anderes zu machen als Hauskampf. Ähm, das klassische Dungeons & Dragons-Abenteuer ist der Dungeon und der Dungeon ist sehr beengt. Ähm, du kannst die meisten Räume und Gänge und Konfliktbereiche in einem Dungeon auf einer Battle-Map abbilden. Mit deinen Miniaturen in Miniaturengröße. Aber wenn du jetzt, ähm, den Dungeon verlässt, und du kannst ja bereits keine epischen Dungeons mehr machen, ähm, sowas wie die Minen von Moria aus der, aus der Herr-der-Ringe-Verfilmung, ja, das kannst du mit Battle-Maps völlig knicken. Das schrumpft dann zusammen von, von seiner, von seiner gewaltigen Epik auf, ähm, eine völlige Lappalie. Auf lange Gänge, die sich aneinanderreihen. Mhm. Ja, oder die, die, die Halle der, der tausend Säulen, ne? Auf eine Battle-Map kriegst du dann gerade mal sechs oder so da vorne. Hm, das ist die Halle der Sechs-Säulen. Und dann schiebst du irgendeinen Ballrock rüber, der dann so groß ist wie da tüscht. Ja. Äh, du kannst dich auch nicht wirklich viel bewegen. Also, äh, gerade bei den, äh, eigentlich bei allen Spielen, die technisch zurückgehen auf Tabletop-Figuren, hast du dieses Problem. Und, ähm, mir ist das, äh, persönlich tatsächlich das erste Mal aufgefallen, bei Shadowrun, äh, damals zur, zur Zeit der ersten, zweiten Edition, ähm, hat sich, äh, Faser gedacht, hey, mit Miniaturen kann man richtig viel Geld machen, hoffen wir. Ähm, wir bringen jetzt Shadowrun-Miniaturen raus. Die werden uns die Leute aus den Händen reißen, hoffen wir. Ähm, und dazu bringen wir ein Miniaturen-Kampfspiel raus. Das hieß DMZ, äh, Demilitarized Zone. Ähm, hat kaum ein Schwein gekauft, ähm, hat niemand gespielt. Ähm, das hat aber Bodenpläne. Da waren also jede Menge Bodenpläne dabei. Deswegen hab ich mir das doch damals geholt, weil ich diese Bodenpläne haben wollte. Und, ähm, alter Schwede waren die schlecht. Ähm, du spielst also im Jahr 2050 im Megaplex, der Cyberpunk-Stadt. Und alles ist ungefähr so episch, groß und cyberpunkig, wie in einem Vorort von Bottrop oder sowas. Ähm, fürchterlich. Winzige Häuser. Ähm, winzige Ladengeschäfte. Supermärkte, wo du dir denkst, ja, das ist irgendwie der Tante-Emma-Markt von Spockenbad Klömm. Ähm, da steht ein Verkäufer hinterm Tresen, guckt dich an und sagt, ich hab sie hier noch nie gesehen. Sind sie fremd? Ähm, wo wollt ihr gehen? Wo brauchen sie denn? Äh, äh, Fritten. Wir haben zwei Sorten Fritten in der Tiefkühltruhe. Und dann gehst du zu der Tiefkühltruhe, holst deine eine von zwei Sorten Fritten raus. Und das ist nicht Cyberpunk, das ist für mich nicht der Megaplex. Ähm, dann hast du die Monorail-Station. Und ich als Berliner denk mir, ich war gerade erst vor kurzem im ältesten, winzigsten, kleinsten Kopf-U-Bahnhof von ganz Berlin. Und das Ding ist dagegen episch, grandios, fünfmal so groß. Ähm, und das hängt halt mit den Miniaturen zusammen. Wenn du dann halt diese, diese, äh, ähm, diese klassischen, welcher, welcher, welcher Marschab ist das nochmal? Ich war nie Miniaturenspieler, deswegen weiß ich das nicht. 35 Millimeter? Äh, 28. 28 Millimeter, 32. Ändert ja nichts, ne? Ähm, alles, was du damit machen kannst, ähm, schrumpft sofort zusammen, ähm, auf Kleinstadt-Niveau. Weil du einfach keine Karte, ähm, auf den Tisch kriegst, die das Ganze abbildet. Außer du hast diese riesigen Spiellandschaften. Gibt ja Leute, die machen das. Die haben ihren riesigen Spieltisch und bauen da ganze Dörfer und Städte und Bogen und Berge drauf auf. Aber die meisten Leute können das nicht. Und die meisten Battle-Maps bieten das auch nicht. Und, ähm, das sind dann die Karten, wo ich mir denke, viele dieser Karten schaden mehr, als sie es nutzen, auch dann, wenn viele Leute es nicht bemerken. Weil es, ähm, ich sag das jetzt mal ganz polemisch. Es hält eine Menge ahnungslose Spieler und Spielleiter in der Mittelmäßigkeit gefangen. Ähm, die benutzen diese Karte, sie denken, das ist wie eine Karte sein kann, darf und sein sollte. Und es beschränkt ihre Fantasie auf ein für mich unerträglich geringes Maß. Ähm, und dann ist der Endkampf auf dem Stadtfriedhof ein Mausoleum und fünf Grabsteine. Was soll denn da passieren? Wenn du in der, wenn du in der Party einen Bogenschützen hast und der sagt, ja gut, dann, ich geh jetzt erst mal auf Bogenschießdistanz ähm, schaff mir so ein bisschen Abstand. Was ist denn hier so drumherum? Und der Spieler, der zuckt mir den Schlüssel, ähm, mehr Friedhof, der genau so irgendwie aussieht in alle Richtungen. Ähm, dann ist das doch langweilig. Das ist auch kein interessanter Friedhof. Aber es ist halt auch nichts, Der Kampf auf Arlington Cemetery. Mhm, ja. Und das ist eine interessante Sache, äh, dass, dass die meisten Battle Maps nichts taugen. Kannst du daran ablesen, dass es nahezu keine historischen Konflikte gibt, die in ihrer, ähm, Kartenrepräsentation in Geschichtsbüchern in derartiger Mikroform zu finden sind. Ähm, selbst hier bei der einen Schlacht in Schottland, wo sie buchstäblich um eine Brücke gekämpft haben, die über einen Bach führte. Und es war keine epische Brücke. Es ist so eine Brücke gewesen, die war einen Karren breit. Und der Hauptteil der Schlacht war auf dieser Brücke. Ähm, selbst da spielte es eine große Rolle, wie das Land drumherum aussieht. Dass auf der einen Seite eine Anhöhe war und auf der anderen Seite nicht. Dass, äh, in beide Richtungen, ähm, der Flussverlauf nur noch sumpfiger wurde als direkt bei der Brücke. denn ansonsten kannst du dir auch sagen, ja, schön, danke für die Battle Map von der Brücke. Ich gehe durchs Wasser. Wie tief ist es? Knie tief? Danke. Dann das. Ähm, oder mit einer Burg, ne? Ich meine, ähm, tatsächlich finde ich es neurologisch spannend, dass wir Menschen imstande sind, in vorhandene Bilddaten mental hineinzuzoomen. Aber wir können nahezu nie hinauszoomen. Wenn wir, wenn wir rauszoomen wollen, haben wir ja keine Informationen. Dann müssen wir uns alles ausdenken. Aber wenn ich auf der, auf der Karte sehe, dass da irgendwie was Misthaufenartiges ist und irgendwas, was aussieht, als könnte es ein Karren sein, dann kann ich mental da im Prinzip drauf suchen. Kann mir vorstellen, okay, was, was ist das für ein Karren? Der ist, wenn ich mir plötzlich, okay, das ist ein Karren, der ist jetzt, der ist 20 Jahre alt, total abgenudelt, ähm, das Holz ist schon morsch, der Misthaufen daneben ist gerade frisch mit Jauche überkippt worden, da steckt noch eine rostige Mistgabel drin und daneben liegt ein Eimer. Die Mistgabel, den Eimer, das muss ich alles nicht gesehen haben auf der größeren Karte, aber ich kann das ergänzen. Level of Detail zu ergänzen, ähm, ist viel leichter beim reinzoomen als beim rauszoomen. Das ist ein guter Tipp. Kannst dir auch dann deine Augen zumachen, kannst dir dann selber überlegen, wie es denn jetzt ist, wenn du vor diesem Wagen stehst, ähm, was ist dann links von mir, was ist rechts von mir. Nicht, wenn du von oben drauf guckst, sondern wirklich aus der Froschperspektive wieder, dass du dich da reinversetzt und so tust, als würdest du jetzt gerade da stehen und dann beschreiben. Aber du sagtest, ähm, wir wollen aus der Mittelmäßigkeit rauskommen. Äh, deswegen hatten wir teilweise auch den Wintersturm einfach mal gegründet, jetzt mit unseren 36 Folgen, wenn dann eine Steinzeit draußen ist. Ähm, einfach weil wir eine Idee haben, wie das Spiel funktionieren könnte, weil wir Fragen aufwerfen, die gerne auch mal diskutiert werden können oder schon diskutiert worden sind, aber eben noch nicht von jedem, also auch noch nicht von uns. Und um anderen Leuten auch Ideen mitzugeben oder anzuregen, haben wir damals gesagt, äh, hört doch mal in den Wintersturm rein, falls ihr noch Potenzial irgendwie seht bei euch oder euer Potenzial noch weiter ausschöpfen wollt, äh, beschäftigt euch doch mal mit diesen Fragen, die wir jetzt hier aufwerfen. und alleine, dass wir jetzt, ähm, über Karten reden, also wer, wer, wer denkt sich denn, lass doch mal jetzt über diese Battle Map reden, äh, die wir jetzt diesen einen Abend benutzen, aber es muss ja nicht nur die Battle Map sein, es, es kann ja so viel mehr noch drinstecken. Ähm, oder wenn ihr halt nicht, nicht eine gekaufte oder eine umsonst aus dem Internet nehmt, sondern wenn ihr selber zeichnet, ähm, und vielleicht nicht fünf Minuten bevor der Kampf anfängt, sondern, ähm, zwei Tage bevor, bevor die Sitzung anfängt, dann kann man sich ja wirklich viele Gedanken machen, äh, wie, wer wohnt da und was wird gehandelt, wer ist adlich, wer ist es, wie ist die Regierungsform, haben wir eine Burg, haben wir eine Villa, haben wir einen Marktplatz, haben wir einen Friedhof, wo liegt der Friedhof, wo sind die Flüsse, äh, all solche Sachen, ähm, können euch eventuell dabei helfen, euer Potenzial noch weiter auszuschöpfen. Ja gut, das mit den zwei Tagen vorher, statt direkt vor der Sitzung, ist natürlich auch wieder das alte Problem von, was nicht drin ist, ne, das ist halt nicht da, und ich meine, es gibt Spieler, die sind gut im Improvisieren, okay, aber es hilft eigentlich schon im Allgemeinen immer irgendwie die Basics mal abgeklopft zu haben, bevor man damit anfängt, also mit dem Improvisieren, das geht natürlich für Karten genauso, für die Story an sich, aber das ist halt wieder mein Punkt, natürlich jetzt schon die ganze Zeit predige, die Karte ist ja eigentlich gar kein Ding, die ist ja nur eine Verbildlichung von Gedanken, die schon da sein müssen. Der Ort muss existieren als Ort, zumindest als Konzept eines Ortes, damit ich ihn verbildlichen kann. Und das kann ich aber im Prinzip auch für, ähm, Nichtspielercharaktere machen. also wir hatten jetzt ja über die Steinzeit geredet, ähm, da haben wir keine richtigen Orte oder Dörfer, sondern wir haben Mindmaps mit, ich sag einfach mal, einer Familie von 30 Personen und die sind alle miteinander verbunden. Wie sind die miteinander verbunden? Also du hast da, du hast da nicht nur den, den, den Schamanen, der am Feuer sitzt und den Jäger, der nach draußen geht und uns dann das Mammut erlegt, sondern alle von diesen NPCs, von diesen Nichtspielercharakteren haben eine Verbindung zueinander. Und ob das jetzt, du musst ja nicht immer eine Familie mit 30 Leuten machen, aber, und auch wenn du ein Dorf baust, dann musst du nicht die Mindmap von 500 Leuten zueinander bauen, das will ja keiner sehen. Aber du solltest dir trotzdem Gedanken machen, wenn du NPCs erschaffst, was haben die für eine Bedeutung? Was haben die für eine Historie? Die Player im Prinzip. Du kannst jeden Ort mit wenigen, also jeden Ort, jede Gruppe mit wenigen Personen beziehungsweise wenigen Schauplätzen innerhalb des Ortes definieren, also charakterisieren. Das Drumherum füllt sich entweder mit Generika oder mit mal gucken. Wenn ich hier mein Dörfchen mit Burg mache, muss ich halt wissen, was ist der Zweck dieser Burg? Wer lebt da? Wer sind noch ein, zwei andere Leute im Dorf? Wenn du tatsächlich alles monolithisch auf eine Sache ausrichtest, ist es meistens Mist. Ich würde zum Beispiel niemals einen Fürsten mit einer Burg in ein Dorf packen, wo es keine anderen Player gibt in irgendeiner Form. Und sei es halt Leute, die einfach sozial stark sind, die eine wichtige Bedeutung haben, und sei es, dass ich den Priester gegenstelle oder dass der Wirt irgendwie tatsächlich nicht nur ein Bierverkäufer ist, sondern auch der Betreiber eines wichtigen Social Hubs, zu dem Leute auch aufschauen und bei dem Leute auch Rat abholen oder sowas. Ich denke gerade zurück an... Oder die Bürgermeisterin seit Jahren versucht, die Macht des Fürsten einzudämmen. Ich denke gerade zurück an die Geschichte von Thorsten, die er irgendwann mal im Winterstub erzählt hat bei eurer Wildwestern-Kampagne, wo dieser Golddigger Joe mitten in der Hauptstraße nach Gold gegraben hat. Digger Hole Pete. Digger Hole Pete, genau, danke. Digger Hole Pete. Also, der Typ existiert erstmal nur und der hat nicht viel Background. Klar, das kannst du weiter ausbauen, nur das ist ein super interessanter, lustiger NPC. Aber was denkt denn der Rest des Dorfes von diesem völlig bescheuerten Typen? Da wird ja jeder eine Meinung zu haben. Hat er vielleicht irgendwie zu viel Blei getrunken oder so? Wo ist das Problem? Aber jeder hat eine Meinung. Aber spannende Sache dabei. Das ist ja in der späten NSC. Um kurz den Punkt neben aufzugreifen. Der Ort selber war hauptsächlich definiert durch, ich würde sagen, vier oder fünf Leute und vier oder fünf Orte. Nämlich zum einen gab es die beiden Saloons, die auch so ein bisschen in den Clinch lagen. Ich wollte gerade sagen, natürlich lagen wir in den Clinch. Der andere West hat seinen Whisky. Der eine war im Prinzip Saloon und Bordell und der andere war Saloon und Hotel. Ja, und der eine wurde betrieben von einem weißen älteren Typen und der andere von einem schwarzen älteren Typen. So, damit man noch diesen Rassenstreit in den USA mit drin hat. Und die haben dann mehrere Sitzungen ganz gedauert, bis die irgendwann das Dorf aufgeteilt hatten, wer jetzt irgendwie, sie waren beide Teile der, wir fingen die Geschichte halt tatsächlich an, dass das Dorf im Prinzip noch bestand aus fünf Häusern. Und es gab halt diese beiden Saloons. Plus das Sägewerk und die Straße. Und das drehte sich dann sehr stark. Das wäre super interessant, das von der Kartenaufteilung her auch zu zeichnen. Wenn wir jetzt Westernkarten machen würden, hätten wir das sowas von umgesetzt. Der Punkt war halt, diese Kernelemente wurden durch sehr wenige Charaktere und Orte ergänzt, um das gesamte Dorf zu charakterisieren. Also sowas wie das Sägewerk, das war jetzt nicht so wichtig. Das war wichtig als Ressourcenspender. Aber so, die Hauptorte waren halt diese beiden Saloons. Dann natürlich unser Haus, weil wir waren die Spieler. Was war noch wichtig? Eine Zeit lang der Stall, irgendwann nicht mehr so sehr. Dann auch die eine, tatsächlich drehte sich sehr viel um Ort, wo gesoffen wird. Weil da halt, weil alle möglichen Charaktere, die in diesem Stadtendorf wohnten, halt irgendeinen Ort hatten, wo sie zum Saufen hingegen. Da hat sich dann auch so ein bisschen eine gewisse Stratifizierung ausgebildet. Wir hatten dann halt diesen einen Saloon mit dem Hotel. Der war so ein bisschen, ha, der anständige Saloon, wo halt die Leute hingegen, die es ein bisschen ruhiger wollten. Da wurde ein bisschen Garten gespielt, es gab nicht so viele Schlägereien, es gab ein gewisser Anstand. Dann gab es das Ding mit dem Bordell. Das hatte natürlich sehr viel mehr Betrieb, weil das, weil der Betreiber auch sehr viel kapitalistischer war. Der war da, um richtig Geld aus diesem Ort rauszupumpen. Und damit hat er seinen Laden natürlich auch so gut gefüllt, wie er irgendwie konnte. Dann gab es irgendwo noch das komische Saufzelt, das halt irgendwie nie, nie so richtig zu dem Haus wurde. Das war halt ein überdimensioniertes Zelt, de facto, wo irgend so ein, ein runtergekommener Typ halt Alkohol in die letzten Penner verkauft hat, wo es ständig Streit gab. Das auch immer wieder zu Problemen geführt hat. Und dann gab es irgendwann noch den von außen mit dem Financier aus New York, der dann irgendwann an der irgendwann gegründeten Straßenkreuzung, ja, die Stadt hat irgendwann eine Y-Kreuzung erhalten, die war nämlich vor nur an einer Straße lang, während das Ganze gewachsen ist über ein Jahr. Da wurde dann auch noch mal ein Hotel, Casino und Bordell gegründet. So, es war dann halt über sehr wenige Dinge definiert. Und es war mir die Frage, sollte man eine eigene Kirche bauen oder nicht? Das war auch noch so im Gespräch. Aber so die ganzen Orte, eigentlich gab es so, gab es so diese, diese vier, fünf Orte, um die sich alles drehte und alles andere, war so dazwischen irgendwie so bei den Wäschern, bei den Zelten. Das war alles gar nicht so wichtig. Wenn man es natürlich eine Karte machen würde, würde man den Ort mit den Zelten schon irgendwie machen. Aber das wäre dann halt so eine Zelt-Siedlung. Aber charakterisieren müsste ich die nicht. Da wären halt Zelte und ein paar Lagerfeuer. Charakterisiert würde ich in der Erzählung dann eben diesen Saloon, das Hotel, unser Haus, wo die Ärztin auch noch war und sowas. Ja. Übrigens, der Hintergrund von Digger Hole Pete ist ja relativ simpel gewesen. Der Typ ist ein Goldschürfer gewesen. Also er ist ein Goldschürfer. Er ist Alkoholiker. Er ist zu spät gekommen. Und er ist stinkenfaul. Das heißt, als er dort ankam, waren die besten Claims am Fluss, die waren alle abgesteckt. Weitere Claims waren ihm zu weit weg. Da hätte er weiter laufen müssen und irgendwo in der Wildnis campen müssen. Dafür hat er nicht die Skills. Also hat sich dieser Typ überlegt, wo kann ich nach Gold suchen, wo noch keiner gesucht hat. Und das war dann halt unter der Hauptstraße. Und er war ja auch der Meinung, dass er damit im Recht ist. Denn die Hauptstraße ist ja Common Ground. Und Common Ground darf ja jeder nutzen und da darf auch jeder prospekten. Und das Lustige ist, das stimmt tatsächlich sogar. Du durftest auf öffentlichem Raum tatsächlich nach Rohstoffen suchen. Suchen, wohlgemerkt. Du durftest allerdings keine riesigen Löcher graben, um das zu machen. Und du musstest für Sicherheit sorgen. Und du musstest nur Erlaubnis haben von der Stadt, sobald sie eine Stadt war. Aber grundsätzlich war es nicht völlig illegal. Wahrscheinlich gibt es... Die lokale Öffentlichkeit hat das halt anders gesehen. Wahrscheinlich gibt es in irgendeinem der 50 Staaten noch immer dieses Gesetz. Und das wurde noch immer nicht beseitigt. Ist halt auch so, der etwas dämliche, versoffene Foulpelz, der da als Loser hingekommen ist, um das große Geld zu machen, der hat halt diese Geschichte gehört, dass irgendwo jemand auf einer Straße einen Goldnugget ausgegraben hat. Und ja, die Geschichte... Tatsächlich basiert das auf einer historischen Geschichte. Ein Typ, der in den Black Hills beim Black Hills Silberrausch, Silber und Goldrausch, hauptsächlich war es ja Silber, tatsächlich bei dem einen Ort auf der Hauptstraße ein Loch gegraben hat. Er hatte irgendeinen Grund dazu. Ich glaube, er wollte einen Pfosten verankern oder sowas. Und dabei hat er Gold gefunden. Und daraufhin hat der Typ die ganze Straße aufgerissen und hat da mehr Gold gefunden. Weil das, wo die Straße war, war das, wo ursprünglich mal der Bach lang geflossen war. Vor Ewigkeiten. Und dann weiß man ja, wenn man so weiß, wie welche funktionieren. Ja gut, dann waren da halt... Ausgewaschen. ...waren halt Goldnuggets. Und der hatte dann die Rechte daran. Der hat das dann geclaimt. Und dann durfte der die gesamte Hauptstraße nach und nach durchgraben. Aber er musste eine Abgabe zahlen an diesen Ort. Und die haben davon eine Kirche gebaut und einen Friedhof eingerichtet. Also so gesehen ist auch was draus geworden. Was Gutes damit gemacht, ja. Piet hatte nie so viel Glück. Also genau genommen ist die Verwendung einer Karte ja im Prinzip genau das Gleiche wie das Erschaffen einer Karte, nur rückwärts. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie du Informationen aus einer Karte lesen kannst. Und was man so aus kleinen Details machen kann. Und wie man solche Sachen interpretieren kann. Das ist ja letztlich dann die Nutzung. Was denkst du denn, Tobi, würde da noch fehlen? Naja, einfach mal die Frage, wie man sie... Das ist jetzt mir eine spielleiterische Frage. Was sollte man zum Beispiel selber als Karten vorbereiten? Wenn du da sagst, irgendwie tun die jetzt die ganze Zeit so Skepskarten von allem. Das gibt ja von fast gar nichts Karten. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen die Frage, wofür ist eine Karte nützlich und wie führe ich sie auch ein? Zum Beispiel ist die spannende Frage, mache ich eine Karte als Handout oder In-Game-Handout oder mache ich eine Karte als abstrakte Karte und die als Orientierungshilfe dient. Wir haben ja zum Beispiel in unseren Spielen eine Mischung aus beidem. Wir haben Karten, die sind da, um die Spieler am Tisch zu orientieren und wir haben Karten, die sind in-game, die orientieren zeitgleich die Charaktere. Wenn ich natürlich eine In-Game-Karte habe, sollte sie erstens stilistisch das auch wiedergeben und zum anderen auch irgendwie vielleicht noch einen Mehrwert bieten an Informationen, jenseits von dem reinen, ja, hier sehe ich jetzt die Geografie des Ortes. Und da ist dann halt schon die Frage, was kann ich mir denn zeitlich leisten vorzubereiten, was ist überhaupt nützlich vorzubereiten? Für mich immer nützlich, es sind halt, ich nenne es mal High-Drama-Situationen, wo ich Entscheidungen treffen muss. Entweder, weil ich einen Ort wirklich durchwühlen will oder weil ich an einem Ort einen Kampf erwarte oder weil der Ort an sich eine Geschichte erzählt. Das sind so für mich so die drei Standardtypen von Situationen, wo sich eine Karte lohnt. Ich finde dabei immer ganz wichtig, dass eine Karte plausibel ist, aber nicht zwingend realistisch. Wenn man mit dem Ziel gestaltet, eine Karte möglichst real und realistisch, realitätsgetreu zu machen, dann macht man vermutlich eine schlechte Karte. Gute Filmemacher drehen ja auch nicht einfach nur an Original-Schauplätzen. Also das ist sehr selten, Dokumentarfilmer machen das. Aber wenn Indiana Jones irgendwie in Süddeutschland auf eine Nazi-Burg geht, dann sucht sich Steven Spielberg dafür die coolste Burg raus, die er irgendwo in Südeuropa finden kann. Und ob die jetzt in Bayern ist oder nicht, das interessiert ihn dabei nicht, die Bohne. Er war übrigens in Österreich. Thorsten, Bayern ist nicht Südeuropa. Ich weiß. Ja, mitunter hast du es ja auch so, dass du bei einem Film zum Beispiel eine Szene hast, wo zwei Leute durch drei Räume eines Hauses laufen und es ist gedreht an drei verschiedenen Orten. Harry Potter ist ein gutes Beispiel. Da sind sie ja durch Gesamtengland gefahren und haben dann auch von außen die Sachen zusammengekittet mit, ich sag jetzt mal Photoshop, weil die so natürlich alle nicht existiert haben, aber zum Teil existiert haben und sind eben von Set zu Set gefahren und haben zehn Minuten hier gedreht, sind weitergefahren, für eine Stunde sind zehn Minuten da gedreht und so weiter und so fort. Hier bei der Netflix-Serie Cleo zum Beispiel, da haben sie aus der, aus dem, aus dem Vortragsgebäude der Benjamin Franklin Tierversuchsanstalt ein Polizeirevier gemacht von außen. Haben sie ein Schild hingehängt, wo Polizei drauf stand. Das ist ein super hässliches, brutalistisches Betongebäude. Sieht unheimlich geil aus. Also geil im Sinne von, es ist so abstoßend hässlich, dass es eines Gleichen sucht, aber es ist sehr eigen und ich wohnte früher nicht sehr weit davon und ich kannte dieses Gebäude in- und auswendig. Ich sehe das also und dann bin ich so, ah, okay, das. Die Innenszenen sind halt wieder woanders gedreht und das ist eine Sache, die man halt auch bei Karten beachten sollte, dass man halt versuchen sollte, einen möglichst interessanten Schauplatz zu gestalten und nicht den möglichst realen. Denn real ist mitunter einfach sehr langweilig. Real gibt es eine Menge Schießereien, die finden auf Parkplätzen statt, wo absolut gar nichts Interessantes ist. Da hat man dann auch keine spannenden taktischen Möglichkeiten. Die meisten Leute werden ja auch nicht, die meisten Leute wohnen ja auch nicht auf einem dramatischen Felsen in einer Designer-Villa oder sowas. Die meisten Leute wohnen in einem ziemlich langweiligen Loch, gerade historisch. Aber das Gleiche... Die meisten unserer Wohnungen sind ja auch erst von innen wieder individuell interessant. Das Gleiche kannst du wieder spiegeln auf die Spielercharaktere, denn auch wenn du dir jetzt überlegst, okay, wir spielen jetzt irgendwie eine Gruppe von Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, die werden vielleicht gar nicht so ein spannendes Leben haben, sondern die werden viel wieder aufbauen müssen. Die müssen klarkommen, dass sie irgendwie wieder Essen ranbekommen, dass sie wieder Geld ranbekommen. Die haben so viele Sachen, die sie noch machen müssen, aber die haben kein spannendes Leben, höchstwahrscheinlich. Klar, aber wir spielen jetzt diese sechs Leute, die nicht die Regel sind, sondern die Ausnahme. Und die erleben jetzt tatsächlich, weil sie auf dem Schiff sind, noch treffen sie auf dem U-Boot von irgendwelchen Nazis, die noch übrig geblieben sind und entdecken eine Insel, wo dann irgendwie noch ein geheimes deutsches Reich ist oder sowas. Und ja, das dann Schlag auf Schlag auf Schlag und die haben dann ein Ding nach dem anderen. Ordee-Specific. Richtig, genau. Warum immer wir? Wer sowas oder sowas Ähnliches spielen will, sollte auf https donner.house-cf3 gehen. Genau. Wenn Sie sich die zweite Sonne mal angucken. Die zweite Sonne. Aber eine Sache, die mir gar noch einfällt zu der Verwendung von Karten, ist eine entscheidende Frage. Handout oder nicht, zeige ich meinen Spielern die Karte überhaupt? Ist die Karte überhaupt für die Spieler gedacht? Denn das ist auch eine spannende Sache. Es gibt eine Menge Leute, die haben mir gesagt, sie benutzen einige unserer Karten, unsere Jana-Sara-Karten, nicht um sie den Spielern zu zeigen, sondern nur damit sie als Spielleiterin oder Spielleiter wissen, wie dieser Ort aussieht, damit sie ihn besser beschreiben können. Habe ich eine gemischte Meinung zu? Ich kann verstehen, warum man das macht, aber gerade wenn ich so eine hübsche Karte von euch habe, dann, das tut doch nicht weh, wenn ich die jetzt allen zeige. Also ich meine, wenn ich jetzt wirklich so eine Skizze mache, die wirklich nur für mich ist, damit ich einen Überblick habe und damit ich euch beschreiben kann, wie es gerade in meinem Dorf aussieht, ja, okay, die kann ich jetzt hinter meinem Spielleiter-Tableau behalten. Aber wenn es doch tatsächlich so eine farbige Karte ist, wo sich jemand echt viel Gedanken gemacht hat, warum, und ich habe die jetzt ausgedruckt hinter meinem Tableau liegen, warum lege ich sie denn jetzt nicht nach vorne? Also bei so einer Kriegel-Krackel-Skizze mit einem Bleistift kann ich das verstehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem daran liegt, dass man halt vom Spielstil her eher sehr erzählerisch ist, dass auch die Visualisierung eine große Rolle spielt und dann ist die physische Konfiguration gar nicht so wichtig, aber halt die Konsistenz, dass meine Erzählung halt nicht inkonsistent wird. Also ich kann das schon sehen, grundsätzlich gerade, wenn du auch sagst, ja, nee, ich will vieles der Fantasie meiner Spieler überlassen, weil natürlich prägt die Karte am Ende auch so ein bisschen die Vorstellung davon, wie genau es da aussieht und eben nicht nur, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Das ist eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Oder dass man halt den Fokus der Spieler auf der Erzählung halten will, statt auf der Karte, die halt auch wieder ein physisches Prop ist, wo sie dann heraufgucken und so und so und so und so. Sondern er sagt, nee, lass uns mal 100% hier auf Augenhöhe bleiben und ich rede, ihr redet und das ist alles, was wir tun. Das ist das, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Ich persönlich würde es wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht machen. Also ich sage jetzt in den meisten Fällen, weil ich nichts ausschließen will, aber ich denke, ich würde auch kartenmäßig eher, wenn dann Karten auch zeigen. Aber zur Verwendung zumindest, hast du immer die Entscheidung zu treffen, wann zeigst du die Karte? Ja. Beschreibst du erst Sachen, erspielst du erst einen Einstieg in dieses Setting und zeigst dann die Karte oder sagst du, ihr erreicht das Dorf Hogendorp? Hopp, hier ist Hogendorp. Denn dann fragen die Spieler ja vielleicht gar nicht mehr, ja, wo ist denn die Taverne? Du Bauer, wo ist denn die Taverne? Weil sie ja bereits auf die Karte gucken und sagen, ach, guck mal, da ist die Taverne. Und wenn dann das Hexenhaus hinten im Wald ist, wo Kröthilde die Krötenhexe drin haust und es plötzlich heißt, ja, Kröthilde die Krötenhexe hat wen verflucht, geht doch mal zu der und kauft der eine Fluchauflösung ab. Aber ihr müsst sie erst mal finden. Mal gucken auf die Karte. Da. Da im Wald, bei dem See. Das ist sie, oder? Ja. So funktioniert das mit der Meta-Ebene nicht. Ja, ich weiß. Aber es ist halt eine Herausforderung für manche Leute, dieses Meta-Gaming nicht zu machen. Aber wir sind ja deswegen hier, um das Potenzial auszuschöpfen. Gut, aber wir wissen auch alles, dass das Spieler real sind. Die sind am Tisch. Die denken auch als Spieler mit. Und sie nicht zu überraschen, also sie zu überraschen oder nicht zu überraschen, ist ja auch wichtig. Das ist, wenn du mir eine Horror-Story erzählst, nicht die ganze Zeit mich nicht grusel, dann ist es schön, dass mein Charakter sich irgendwie fürchtet, aber irgendwie ist die Geschichte dann trotzdem nicht so gut, wie sie sein könnte. Und das ist dann halt schon der Punkt. Ich meine, gerade bei sehr kleinen Settings würde ich schon erst mal reinkommen, die Grundkonzepte des Ortes zu erzählen, bevor ich die Karte auf den Tisch knalle. Aber sobald es dann halt heißt, okay, wir haben jetzt quasi, ich nenne es mal die Story-Einführung gemacht, also ein bisschen alles ist jetzt da, die Charaktere ist so ein bisschen etabliert. Jetzt geht es darum zu entscheiden, noch zusammenhängen, noch besser zu verstehen und auch sich zu bewegen. Dann würde ich schon die Karte auf den Tisch legen, weil wenn man zu lange wartet, kann es auch immer zum gegenteiligen Effekt führen, zu diesem, ey, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Was kommst du jetzt hier mit dieser Karte? Das ergibt ja alles keinen Sinn. Das Problem existiert irgendwann auch, wenn du zu viel etabliert hast. Wenn du sagst, die Karte ist, wie der Ort aussieht, dann kannst du natürlich nicht ewig damit warten, weil das ist nun mal dann die Realität. Und zwar halt eben zum Guten und zum Belechten. Es ist ja im Prinzip, es ist ja kreative Einschränkung. Das ist ja die klassische Sache von, wenn du zu viel Freiheit hast, dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst, weil du irgendwie nicht weißt, wo es hingeht. Wenn du zu wenig Freiheiten hast, hast du ein Problem. Und Karten sind ja eigentlich genau dazu da, diesen Mittelweg zu ermöglichen. Dieses, ich weiß jetzt, wie es hier aussieht, ich kann jetzt Entscheidungen treffen. Und eben nicht, ich bin jetzt derart eingeschränkt, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen kann. Weil das ist mein Problem mit Battle Maps, dass ich halt im Prinzip nur noch die Entscheidung habe, links rum um die Säule oder rechts rum um die Säule. Ja. Langweilig. Aber ihr macht ja auch keine Battle Maps. Nee. Das ist einer der Gründe davon, weil wir sie zu einschränkend finden. Weil sie für die Story-Zusammenhänge meistens überflüssig sind. Gut. Ja. Haben wir es? Ich denke. Ich denke auch. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr spontan. Ich hoffe, damit müsst ihr nie wieder über holistischen Weltenbau sprechen, sondern verweist dann einfach auf das Video. Wir haben gar nicht über holistischen Weltenbau geredet. Nein. Wir haben ihn nur gestreift. Wir haben ihn nur gestreift. Man könnte noch so viel mehr dazu machen. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr noch mehr holistischen Weltenbau wollt. Ich fürchte jedes Thema, für das man tatsächlich richtig brennt, ist eins, über das man eine Menge Vorträge über Aspekte halten könnte. Wobei ich sagen muss, ich würde, glaube ich, um es ein bisschen spannender zu machen, klar, der abstrakte Vortrag, was ist holistischer Weltenbau, geht immer. Aber dann ist es, glaube ich, irgendwann interessant, das zu sagen, wir lassen uns tatsächlich mal holistisch was bauen. Das diskutiert man ja eben mal holistische Religion, holistische Magie, holistischer Krieg. Das wäre exakt das, was ich dann vorgeschlagen hätte, dass wir dann mal gemeinsam Photoshop aufmachen und von Null auf planen und dann mit hoher Flugebene verdichten wir das einfach mal. Das könnte man doch machen. Wäre so meine Idee. Von Null auf Anfang. Okay. Oder man macht das als eine Serie, hält die einzelnen Talks im Prinzip kurz, so auf eine halbe Stunde bis Stunde. Ja, das ist bei uns kurz. Ja, klar, das will ich sehen. Und entwickelt im Prinzip mit jedem Mal das Ganze weiter und die technische Ausführung macht man dazwischen. Denn es ist ja recht langweilig, für einige Leute ist es super spannend, das weiß ich mittlerweile, weil sie es mir gesagt haben. Aber für die meisten Leute ist es extrem langweilig, mir dabei zuzugucken, wie ich irgendwie 40 Häuser individualisiere und auf einer Karte platziere. Aber sowas kann man tatsächlich mal machen, ja. Also das müssten wir zeitlich vor allen Dingen planen, weil aktuell haben wir für solche Späßchen, sag ich mal, nicht die Zeitressourcen. Aber wenn ich sie habe, würde ich das gerne mal machen. Das ist ein interessantes Experiment. Auch mit Community. Du kannst ja sogar Zuschauer mit hinzuziehen und dann sagen, so hier, einer von euch, ich suche jetzt, ich würfel jetzt wen aus, und einer von euch entscheidet jetzt, wie teilt dieser Bauer sein Erbe auf? Genau, er hat fünf Kinder, zwei Frauen, drei Knaben, alle in dem Alter so und so, und die Frauen sind halt die Älteren und die Verantwortungsvolleren. Aber einer der Söhne ist ein Säufer und die eine Frau hat klug geheiratet. Richtig, ich wollte gerade sagen, die hat auch noch gut geheiratet. Aber er ist konservativ. Wäge ab. Ja, richtig, genau. Dann musst du das entscheiden. Und je nachdem wird dann das Feld dann aufgegeben. Also, das ist so eine 0815-Entscheidung, aber das Dorf verändert sich. So, und herzlichen Glückwunsch. Deine Tochter ist spontan von Gott auserwählt worden, hat ein Schwert auf dem Acker ausgegraben und zieht jetzt los, um die Engländer das Früchten zu lehren. Die ist jetzt nicht mehr da. Wait, okay. Jetzt funktioniert das Konzept irgendwie nicht mehr, die Flur aufzuteilen. Ja, doch, jetzt ist auf einmal ihr Abteil wieder frei. Okay, ich würde sagen, das ist das, was wir für den nächsten Teil machen, dass wir nicht über Theorie sprechen, sondern dass wir echt mal so ein Praxisbeispiel machen. Und dann machen wir ein großes Whiteboard auf, schreiben da Sachen dran, malen eine Skizze oder zeichnen eine Skizze. Und das kann man dann ja immer weiter verdichten, immer hübscher und hübscher machen. In der Chronologie springen, wir 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre in die Zukunft springen und dann schauen, wie sich das Dorf weiterentwickelt hat, ob wir dann die Stadt mal auch schon einreißen oder nicht. Also das ist grundsätzlich etwas, was ich mir langfristig mal vorstellen kann zu machen, ja. Man kann da ja sogar über mehrere Iterationen gehen, die tatsächlich final sind. Und sei es, dass man sagt, hier, das Dorf bei der Gründung, 100 Jahre später, noch mal 100 Jahre später, noch mal 100 Jahre später, noch mal 100 Jahre später und vielleicht wird es am Ende eine Kleinstadt und zwischendrin einmal niedergebrannt oder sowas. Ja, schreibt uns das auf alle Fälle, ob euch sowas interessieren würde. Ich habe da auf alle Fälle Bock drauf, die anderen beiden auch, die sind immer für sowas zu haben. Zeit müssen wir dann finden, das gucken wir uns dann mal an. Aber wir stellen das einfach mal so in den Raum und dann sehen wir, was passiert. Gut, dann haben wir es. Ja. Dann von mir aus bis die Tage. Ja, aber wie kann man uns denn eigentlich erreichen, Frosty? Ja, Tobi, wie kann man uns denn erreichen? Geht doch am besten auf Donner.haus.eu. Nein, du kannst das besser. Erzähl uns mal. Nein, wenn man uns... Bitte? Ich verlinke das alles unten in der Beschreibung und im Kommentarbereich. Da werdet ihr es auf alle Fälle finden. Aber Tobi erzählt jetzt mal, wie man auf die Donnerhaus-Homepage kommt. Donnerhaus.eu. Das ist richtig, das ist die Donnerhaus-Homepage. Nein, wenn man uns erreichen will, für Kommentare und Fragen und Anmerkungen, was auch immer, oder auch Wünsche. Besonders Themenwünsche sind immer gern gesehen. Dann wintersturm.donnerhaus.eu. Das ist die beste Methode, weil das kommt immer an. Ihr könnt auch bei Frosty Pen & Paper Day direkt kommentieren oder auch an den Online-Ordnungen, man kommentieren kann. Aber die E-Mail ist immer eine gute Idee. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das entweder tun über patreon.com-donnerhaus oder indem ihr unser Crowdfinding Late-Pledge unterstützt. Oder ganz einfach unsere Produkte kauft. Freude, schöne Götterfunken gibt es regulär auf shop.donnerhaus.eu. Und das Late-Pledge im Schatten der zweiten Sonne läuft gerade noch für ein paar Monate, bis es rauskommt. Und das findet man unter donner.haus-cf3. Ausgezeichnet. Und ansonsten Daumen hoch und so ein Kram. Auf der Homepage findet ihr noch weitere Talks von uns gemeinsam mit Martin. Das ist ja generell Wintersturm. 36 Folgen oder 35 Folgen haben wir da jetzt. Werden stetig mehr. Ist das jetzt Wintersturm Röhmig 1? Das ist jetzt 36.5. Okay. Oder so. Keine Ahnung. Ja, also ihr werdet wenn ihr Interesse habt noch viel weiteres auf unserer Homepage finden als Podcast im MP3-Format. Gut. Dann haben wir es. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.